Kapitel 11 Fire, but don't hurt the flag Diodor Fontane Cotton vertraut sich wie Schrammel den Fahrkünsten Schremsers an, der zuerst protestiert und sich weigern will, seinen Wagen für die überflüssige Ausfahrt zur Verfügung zu stellen. Der gemeinsame Dienstwagen ist in der Polizeiwerkstatt beim Ölwechsel. Schremser fährt wie meistens zu schnell. Beide Beamten sind erleichtert, weil das Isas oder Isas Nichtspiel vorbei ist. Schremser fällt ein, dass er bei Urmacher die Frage nach Ilona Rössler vergessen hat, findet es allerdings nicht tragisch und bringt nicht die Rede darauf. Urmacher hätte die Frage ohnehin nicht beeindruckt. Schremser beschäftigt sich dem Gedanken lieber damit, was Haumer mit dem gestohlenen Opel vorgehabt haben könnte. Während Schremser beim Überlegen auf keinen grünen Zweig kommt, nimmt Cotton die Zeitung, die im Zitrö auf dem Rücksitz liegt. Die aktualisierte Ausgabe der Einheitszeitung, die Cotton kennt. Die erste Lokalmeldung reicht für Cotton aus, um die Zeitung zurück auf den Rücksitz zu werfen. »Sind deine Aktien gefallen?«, fragt Schremser. Ein Lehrling hat eine Bank überfallen, gibt Cotton den Inhalt der Meldung wieder. »Einen Kassierer angeschossen und 120.000 Schilling erbeutet.« »Was glaubst du, hat der mit dem Geld gemacht?« Verloren? Im Spiel? Auf dem Heimweg? Er hat ein Motorrad gekauft, mit dem er nicht fahren darf, weil er erst 17 ist, eine Stereonlage, Lautsprecher und eine Lichtorgel dazu. Er ist nicht einmal zum Auspacken gekommen. Das Haus in der Leihstraße ist ein vierstöckiges Doppelzinshaus, 1912 erbaut, das zwei verschiedenen Besitzern gehört. Das rechte Haus ist renoviert worden. Das linke Haus ist in desolatem Zustand. Am Stukaturadler, der über den beiden Haustoren angebracht ist, wird die Halbierung besonders deutlich. Der linke Flügel ist ausgebessert und kalkweiß, der rechte Flügel zum Teil abgebrochen und beinahe schwarz. 27a ist das Abbruchhaus. Schon im Stiegenhaus riecht es nach Katzentreck. Die Decken in mehreren Stockwerken sind mit geschälten Holzhämmern gepölzt. Neben der obligatorischen Hausordnung hängt ein Hinweis. Achtung, Rattenköder! Die Ratten können nicht lesen, haben sich umgestellt und fressen die ausgelegten Köder auf. Gefährdet sind nur die türkischen Kinder, die den Hinweis auch nicht lesen können. Im Hof liegt Ziegelschutt. Im Haus 27a wohnen nur mehr drei österreichische Parteien. Ein 70-jähriges Ehepaar, das nicht ins Altersheim mag, ein Verkäufer in einem Schallplattenladen, der stur bleiben will, und die Familie Wiesinger, die aus dem Vater, der als Gartenarbeiter bei einer Stadtverwaltung angestellt ist, und dem Sohn besteht. Die Mutter ist 1974 an Leberzirrhose gestorben. Mehr oder weniger eine Berufskrankheit, weil sie in einer Likörstube gearbeitet hat. Die Wohnung der Familie Wiesinger verfügt über ein winziges Vorzimmer und zwei Kabinett. Wasser und Klo befinden sich auf dem Gang. Gerald Wiesinger ist zu Hause, wie es Scheutel vorausgesagt hat. Er ist 1,70 Meter groß und hat eine Narbe auf der rechten Stirnseite. Im Freundeskreis gibt er gern einen Kampf mit einem Jugoslaben als Ursache für die Narbe an. In Wirklichkeit ist er als sechsjähriger Bub mit einer Rodel die Stiegen hinuntergefallen. Wiesinger hat eine Jeans mit offenem Reißverschluss und einen viel zu weiten, langärmeligen Pullover an, der an einigen Stellen dünn geworden ist. Ein etwa gleichaltriger Freund ist bei ihm. Sie sitzen beide auf dem Stahlrohrbett mit den gestreiften Matratzen, als Cotton ins Zimmer kommt. Außer dem Bett befindet sich nur ein Kasten im kleinen Zimmer. An den Wänden hängt ein großes Plakat von Arnold Schwarzenegger. Daneben ein kleines, koloriertes Hitlerbild. Zwischen den Cherry Cotton Heftromanen liegen zwei Bücher. Die blaue, mein Kampfausgabe und ein bebildertes Buch über die Weltmeister im Schwergewichtsboxen. Auf einer umgedrehten Obstkiste steht ein Radio mit Kassettenteil. Es war offen, rechtfertigt Cotton das Eindringen. Wenn ich daheim bin, sagt Gerald Wiesinger, lasse ich immer offen. Da traut sich von den Türken keiner her. Wenn man nicht im Haus ist, nützt ein Vorhängeschloss auch nichts. Er ist sichtlich von seinen Worten überzeugt. Sie kommen wegen der Delogierung? Nein. Erst jetzt kommt Schremser mit den Krücken ins Zimmer. Für das Rote Kreuz geben wir nichts. Polizei, sagt Schremser, wenn sich Cotton das Zimmer anschaut. Kann jeder behaupten. Schremser holt wieder seine Legitimation an der vergoldeten Kette hervor. Was sagst du dazu? Gefälscht. Bist du der Gerald Wiesinger, fragt Schremser. Ja, sagt er und betrachtet seinen Freund. Oder bist du es? Ist der von eurem Verein, sagt Schremser weiter und dippt den zweiten Jugendlichen mit einer Krückenspitze an. Nein. Er heißt Nobotny und wohnt im Haus vis-à-vis. Was ist es wieder? Wiesinger wendet sich noch einmal seinem Freund zu. Die Kieberer, wenn sie dich einmal im Auge haben, wirst nie wieder los. Jetzt schenkst du dir kurz deine Weisheiten, sagt Cotton. Er will die Glühbirne am Plouffon einschalten, weil es ihm in dem Kabinett zu finster ist. Strom gibt es nicht mehr. Das Gas ist schon vor zwei Monaten abgedreht worden. Wenn sie einen Schluck Wasser haben wollen, müssen sie sich beeilen. Schremser verliert die Geduld. Jetzt reden wir normal, brüllt er und setzt fast flüsternd fort. Genauer Name. Gerald Martin Wiesinger. Geboren. Ja. Schremser hebt drohend eine Krücke. 12. März 1972. Wo warst du am Montag um zwei? Weiß ich nicht. Kann dein Arbeitgeber vielleicht für dein Alibi sorgen? Schlecht. Ich bin arbeitslos. Ist bei euch was frei? Ihr sind nicht bei du. Sie schon, ärgert sich Wiesinger. Was wollt ihr mir anhängen? Den Türken kann sowas nicht passieren. Die kriegen die freien Stellen nachgeschmissen. Blödsinn unterbricht ihm Kottern. Was ist mit euren Waffen? Was soll sein? Sie sind konfisziert worden. Ihr habt doch bestimmt Gewehre. Nein. Gehabt, sagt Novotny plötzlich. Eines. Halt den Mund, schreit ihm Wiesinger an. Der spinnt, erklärt er in Richtung Kottern. Du hältst den Mund. Was ist mit dem Gewehr? Die beiden Jugendlichen sitzen schweigsam auf den Matratzen. Von draußen ist ein Presslufthammer zu hören. Heraus damit. Wieder ergreift Wiesinger die Initiative. Ich habe ein Geschäft vermittelt. Mich hat einer angesprochen im Café, ob ich ein Gewehr besorgen könnte. Nur leihweise. Er rempelt Novotny an. Sein Vater hat eines gehabt. 5000 Schilling waren geboten. Für nur zwei Tage. War trotzdem ein Scheißgeschäft, sagt Novotny. Hat es sich der Interessent nicht abgeholt? Doch, bestätigt Wiesinger. Aber nicht mehr zurückgegeben. Was war das für ein Gewehr? Wisst ihr die Typenbezeichnung? Ein FK 1000. Ist Novotny sicher. Kottern schaut blitzschnell zu Schremser. Der macht bloß eine abfällige Handbewegung. Wahrscheinlich hat er recht, denkt Kottern. Diese Übereinstimmung muss gar nichts bedeuten. Außerdem wechseln jeden Tag mehrere Waffen ihre Besitzer. Dein Vater hat einen Schein für das Gewehr? Hoffentlich, sagt Novotny. Ich hätte merken müssen, dass uns der reinlegen will, erklärt Wiesinger. Hat nur Johannisbeersaft im Kaffee getrunken und wie ein Komiker dreingeschaut. Warum habt ihr euch überhaupt auf das Geschäft eingelassen? Bei 5000 Schilling kannst du nicht lang überlegen, sagt Wiesinger. Hat dein Vater das Fehlen des Gewehrs bemerkt? Mischt sich Schremser ein. Gestern. Er will es schleunigst zurückhaben. Ja. War der Mann öfter in dem Kaffee? Nie vorher gesehen, antwortet Wiesinger. Hätte ich einen Ausweis verlangen sollen? Übergeben habe ich unter der Eisenbahnbrücke in der Hellwagstraße. Wie alt war der Mann? 35 oder 45? Ich bin schlecht beim Schätzen. Und sonst? Komisch angezogen war er. Wie? Ich weiß nicht. Komisch eben. Kottern ist über den knarrenden Bretterboden beim Hitlerbildchen an der Wand angekommen. Wo ist der her? Aus der Zeitung. Leider schon gestorben. Und das liest du wirklich? Kottern berührt die verstaubte Mein Kampf-Ausgabe. Nur angefangen, schränkt Wiesinger ein. Kann man nicht ganz lesen. Eines der paar Bücher vom Vater. Von dir brauche ich noch den vollständigen Namen und die Adresse, sagt Schremser zu Novotny, der sich auf das schäckige Stahlrohr am Kopfende des Bettes stürzt. Schremser greift in die Innentasche, muss aber feststellen, dass er seinen Kalender auf der Ablagefläche im Zitron zurückgelassen hat. Er nimmt das Foto Haumos und notiert Novotny's Angaben auf der weißen Rückseite. Warum stellt ihr Fragen, regt sich Wiesinger auf, wenn ihr schon wisst, wer das Gewehr von mir bekommen hat. Er ist aufgesprungen. Kottern und Schremser schauen ihn ahnungslos an. Das ist er, sagt Wiesinger und zeigt auf die Vorerseite des provisorischen Notizplatzes. Der Haumer? Der war es. Nicht möglich, berichtigt Kottern. Der ist am Montag erschossen worden. Meinetwegen, sagt Wiesinger. Das Gewehr hat er sich letzte Woche abgeholt. Ist ihm eben einer zuvor gekommen. Er ist mit einem Gewehr erschossen worden, das möglicherweise ein FK 1000 war. Gibt es bestimmt viele. Die Kriminalbeamten verabschieden sich jetzt eilig. Novotny bleibt auf dem Bett zurück. Wiesinger begleitet die Polizisten zur Wohnungstür, kommt sogar ins Stiegenhaus nach. Ist noch was, sagt Schremser. So ein schlechtes Geschäft war das gar nicht, erzählt Wiesinger. Das Gewehr habe ich gestern zurückbekommen. Vom Haumer? Mit der Post ist es gekommen. Wiesinger blickt nach hinten zur Tür, um sicher zu gehen, dass sein Freund noch im Zimmer ist. Ich habe dem Novotny nichts gesagt. Hast du es allein verkaufen wollen? Warum nicht? Schöner Freund, sagt Schremser. Wo ist das Gewehr? Warten Sie. Wiesinger schleicht ins Zimmer seines Vaters und holt das Gewehr unter dem Bett hervor. Das Gewehr ist verpackt, neben dem Nachttopf gelegen. Die Verpackung ist nur an einer Stelle von Wiesinger aufgerissen worden. Im Auto können sich die beiden Beamten noch immer nicht beruhigen. Das Gewehr liegt auf dem Rücksitz. Glaubst du, das ist die Mordwaffe? Fragt Kottern. Werden wir bald wissen. Ich glaube es. An der Identität des Toten kannst du nicht rütteln. Der Tote ist der Haumer. Ich weiß. Der hat anscheinend seine eigene Ermordung nach Plan inszeniert. Zelebriert, verbessert Schremser. Wieso soll er das gemacht haben? Kennst du den Tod des Handlungsreisenden? Was ist das? Schremser nimmt seinen Kalender von der verstaubten Ablage. Ein Stück von Arthur Miller. Ein Vertreter inszeniert, weil er keinen anderen Ausweg weiß, seinen Tod als Unfall. Damit wenigstens die Versicherungssumme aus seiner Lebensversicherung für die Familie fällig wird. Starkes Stück, sagt Schremser. Es dauert noch über eine Stunde, bis sich die bloße Vermutung durch den vorläufigen Bericht der Ballistik bestätigen lässt. Haumer ist mit einer Kugel aus dem Gewehr erschossen worden, dass er sich nach den Angaben von Wiesiger und Nowotny selbst besorgt hat. Entweder hat sich Haumer die Waffe abjagen lassen, oder er hat tatsächlich jemand beauftragt, auf ihn zu schießen. Gegen die erste Möglichkeit spricht vor allem Haumers Verhalten, etwa beim Autodiebstahl. Er hat das Auto zwar gestohlen, sich aber mit einem Auftritt im Geschäft dem Besitzer ausgiebig vorgestellt, was keiner Notwendigkeit entsprochen hat. Er wollte offenbar erkannt werden. Ist der Aussage Wiesingers zu trauen, Kottern hat eigentlich keine Zweifel, auch Schremser nicht, der den Jugendlichen erst gar nicht aufsuchen wollte. Schremser wird auch darauf nicht freiwillig die Rede bringen. Kottern macht keine Anspielung, weil er genau weiß, dass niemand mit diesem Ergebnis rechnen konnte. Er ist auch ziemlich sicher, dass es sich nicht um eine Versicherungssumme handelt, die jetzt von irgendjemand eingefordert werden könnte. Wem nützt Haumers Tod eigentlich? Uhrmacher vielleicht? Möglicherweise auch Stäuber oder Bellinger? Die Befragung Bellingers lässt sich nicht weiter aufschieben. Wen könnte Haumer mit seiner Ermordung beauftragt haben? Oder sollte man es lieber gleich bestellten Selbstmord nennen? Kottern sieht keine aussichtsreiche Möglichkeit, um den Schützen zu eruieren. Das Gewehr wurde am Montag bereits um 16 Uhr vom Hauptpostamt am Fleischmarkt an Wiesinger aufgegeben. Am Gewehr fanden sich keine Fingerabdrücke, auf dem Paket nur Unvollständige, wahrscheinlich von Postbediensteten. Schrammel war ja nicht in der Nähe. Kapitel 12 Jawohl, Herr Präsident. Alfred Koppel Beim Interview mit Bellinger will Schrammel unbedingt dabei sein. Kottern lehnt ab, weil er ein Aufgebot von drei Leuten für den kleinen Zuhälter übertrieben findet. Wir wollen ihn befragen, rechtfertigt er den Entschluss. Nicht erschrecken. Schrammel macht ein enttäuschtes Gesicht. Das kann er gut. Er legt mit großer Bewegung einen Kaugummi nach. Auf dem Hauptpostamt soll er Erkundigungen anstellen, ob sich jemand an die Aufgabe des immerhin auffälligen Pakets am Montag erinnern kann. Vor der Abfahrt taucht Bilch im Büro auf. Den Austausch der Spreedosen dürfte er noch nicht bemerkt haben. Er berichtet von Anruf eines stellvertretenden Bezirksvorstehers, der dem Dezernat nahelegt, Jakob Urmacher nicht über Gebühr zu strapazieren. Was soll ich machen, fragt Kottern. Weiß ich nicht, sagt Bilch. Ich überbringe Ihnen nur die Nachricht. In der Maske des väterlichen Freundes gibt er sich nur bei Presserkonferenzen, bei denen Erfolge zu melden sind. Nach dem raschen Abgang Bilchs erkundigt sich auch noch Dr. Brauneder von der Staatsanwaltschaft, was es mit der Befragung Jakob Urmachers auf sich hatte. Der Dienstwagen ist inzwischen vom kleinen Service zurück. Sogar gewaschen ist er worden. Kottern setzt sich ans Steuer. Schremser unterlässt jede Bemerkung. Belliger wohnt in einer auf Hochglanz gebrachten Jugendstilvilla im 19. Bezirk. Kottern steigt nicht sofort aus. Er betrachtet mit beinahe wütendem Gesicht das Haus und den Ziergarten. Für einen Striezi wohnt er nicht schlecht, sagt Kottern. Der Urmacher erst recht nicht. Am Hungertuch scheint das ganze Trio nicht zu nagen. Kottern besitzt selbst mit seinem Bruder nur eine gemauerte Badehütte in der Nähe von Dullen. Das Häuschen befindet sich auf zwei Meter hohen Pfeilern, weil das Grundstück zum Hochwassergebiet gehört. Der Grund war deswegen billig zu haben. Das jährliche Hochwasser ist auch noch nie ausgeblieben. Über fünf italienische Marmarstufen gelangt man zum Hauseingang. Bellinger wird die Beamten gleich auf die Echtheit der Stufen aufmerksam machen. Er steht bereits hinter der Tür und zeigt sich zuvorkommend. Bellinger ist etwa von Kotterns Größe, trägt einen matten Anzug mit Westchen. Seine Haare sind frisch gewaschen. Von Bommade oder einem karierten Sarko keine Spur. Ein Showmaster, urteilt Schremser. Bellinger fühlt sich wirklich so. Die von Bellinger unvermittelt begonnene Führung durch die Räume des Hauses bricht Kottern ab, der wissen will, wo die beste Gelegenheit für ein Gespräch gegeben ist. Im Salon, sagt Bellinger, oben. Er hat sich im Ernst an der Rückseite des Hauses einen Lift bauen lassen, in dem er jetzt mit Kottern und Schremser in den ersten Stock schwebt. Der Salon ist angefüllt mit Stehlampen, Schränkchen, einem großen Barzellanhund, einem Cannabee und unzähligen Grimmsgramms. Bellinger öffnet die Bar neben den offenen Kamin. Was zu trinken? Nichts, sagt Schremser. Danke. Bier, sagt Kottern. Gibt es bei mir nicht, entschuldigt sich Bellinger. Leider. Ist wohl nichts für einen Feinspitz. Bitte friedlich bleiben, mahnt Bellinger, der sich auf den Cannabee niederlässt, während die zwei Polizisten mit einer Holzbank vorlieb nehmen müssen. Bellinger hat auf der Oberkante des Cannabees eine aufsteckbare Nackenstütze angebracht, die für Autositze bestimmt wäre. Kottern gibt noch nicht auf. Die Polizeiakten kennen sie in ganz anderer Verfassung. Das ist ewig her, sagt Bellinger. Woher kommt das Geld? Es gibt sie eben doch, sagt Bellinger gelassen, in Richtung der zwei offenen Münder, die anonymen Millionäre. Märchenstunde, meint Schremser. Bellinger scheint sich selber zu glauben. Er schaut Kottern freundlich an. Kottern saugt in seinem Joghurt Mund an seiner Plombe. Ein Klassenlos muss man haben, Herr Inspektor. Inspektor, gibt es keinen, keift Kottern in Schrammelmanier. Nein, was sind sie dann? Sagst einfach Major zu mir. So ein vertrautes Gespräch lehne ich ab. Bellinger zeigt mit dem Zeigerfinger auf Kottern und macht große Nasenlöcher. Na gut, resigniert Kottern. Was sagt Ihnen der Name? Ermin Haumer. Der arme Kerl ist erschossen worden, habe ich gehört. Vom wem gehört? Vom Uhrmacher? Im Mittagsjournal. Soll ein Gauner Idiot und Erpresser gewesen sein. Habe ich außerdem gehört. Nicht im Mittagsjournal. Den Uhrmacher kennen Sie schon. Herr Uhrmacher heißt das. So viel Zeit wird sein. Ein bisschen. Sie spielen Bridge? Ja. Hat er Sie informiert, dass wir am Vormittag bei ihm waren? Wirft Schremser ein? So gut kenne ich ihn nicht. Bellinger hat es sich noch bequemer gemacht und die Kopfstütze nach hinten verstellt. Wo waren Sie am Montag um zwei? Fragt Kottern. Beim Bridge. Um die Zeit ist zufällig Erwin Haumer erschossen worden. Bechvogel. Sie und der Herr Uhrmacher haben ein gegenseitiges Alibi. Ideal. Es hat mich ja nicht nur der Herr Uhrmacher dort gesehen. In Ihrer frühen Branche sind Sie nicht mehr aktiv? Nein, schon lange nicht. Und wenn wir Ihre Schönheit von früher befragen, können Sie ruhig machen. Die verdient Ihr Geld jetzt in einer Kinokassa. Wieso? Weil sie nicht mehr schön genug ist. Kottern hat keine Lust mehr. Er steht auf. Schremser erhebt sich ebenfalls. Er hat noch eine Frage auf Lager. Wie stehen Sie zu Alfons? Der Bellinger verredet sich doch nicht. Welcher Alfons? Stäuber. Keine Ahnung, wer das ist. Spielt der Bridge? Der hat uns abserviert, wie vor ein paar Stunden der Uhrmacher, sagt Schremser auf den Marmorstufen im Freien. Dem Stäuber wird das genauso spielend gelingen, prophezeit Kottern. Der ist wenigstens noch nicht zurück. Das Büro ist besetzt, als Kottern und Schremser ankommen. Jera Beck lässt den Verhörsel fast zur Gänze unter sich verschwinden und löffelt einen Gabelbissen aus. Wilk, der auf Kotterns Polster gesessen ist, steht sofort auf. Er fährt mit der Zunge seiner Oberlippe entlang. Kottern bleibt unter der Kugellampe stehen. Schremser lehnt sich gegen die Tür, durch die er das Zimmer betreten hat. Hallo, sagt Jera Beck sauer. Ich habe einen Mörder für euch ohne Mord. Fein, sagt Kottern unberührt. Den kann ich brauchen. Ich habe einen Mord ohne Mörder. Wo ist er? Ich habe ihn laufen lassen. Weil du nicht zuständig bist, ätzt Schremser. Jera Beck weiß die Bemerkung nicht zu würdigen. Wilk wirkt abwesend und beschäftigt sich weiterhin mit seiner Oberlippe. Das ist eine verdammte und dumme Geschichte, bleibt Jera Beck ernst. Wir haben heute am Westbahnhof bei einer Übergabe zwei Verdächtige festgenommen. Der eine hat sich herausgestellt, hatte nichts damit zu tun und wurde auf freien Fuß gesetzt. Dass er Lund sozusagen im Polizeitaxi wegbringen hat lassen, behält er für sich. Die Überprüfung seiner Adresse und der Fingerabdrücke habe ich deswegen nicht mehr gestoppt. Die Adresse in Köln und der Name sind falsch. Die Fingerabdrücke beweisen, dass er ein von vier Staaten gesuchter Mörder ist. Was soll ich jetzt machen? In Bitten, dass er zurückkommt? Ein Auftragskiller ist das, verstehst du? Ja, bei uns in der Stadt? Freigewähltes Exil, meint Schremser. Der ist garantiert nicht auf Urlaub da. Der hat was vor. Hier hat noch nie jemand einen Spezialisten gebraucht, erklärt Kottern. Zumindest keinen Ausländer, keinen Reisenden auf dem Gebiet. Der Haumer vielleicht, sagt Schremser. Der hat er nicht benötigt für seine letzte Vorstellung, glaubt Kottern. Wäre ihm auch viel zu teuer gekommen. Er betrachtet die Polizeiaufnahme von Lund. Auf den Fotografien steht noch Walter Schroth. In den Delex-Angaben findet sich der richtige Name. Kottern behält eine der Fotografien in der Hand. Was ist der Eindruck von ihm? Er wirkt wie ein gemütlicher Basketballspieler. Ist er mit einem Zug gekommen? Er hat kein Gepäck bei sich gehabt. Also ist er schon länger hier. Hat was vorbereitet oder bereitet was vor. Wird er nicht versuchen, sagt Jerapeck, möglichst schnell Wien und Österreich zu verlassen? So einfach ist es nicht. Er muss annehmen, dass wir bald nach seiner Entlassung seine richtige Identität festgestellt haben. Hast du die Fahndung vorbereitet? Ja. Großfahndung, sagt Kottern und schaut den Präsidenten an. Oder? Jetzt ist es mit der Stille vorbei. Was denn sonst? Schremser beachtet den Ausbruch nicht. Die Fotos müssen heute noch ins Fernsehen. Zu größter Vorsicht mahnen. Ich glaube, der bleibt noch, sogar wenn er seinen Auftrag jetzt bleiben lässt. Wo kann sich so einer verstecken? Meldet sich Billig noch einmal zu Wort. Haben Sie eine Ahnung? Irgendwo da draußen, sagt Kottern und zeigt aus dem Fenster, von dem aus die halbe Stadt überblickt werden kann. Die ersten Lichtreklamen werden gerade eingeschaltet. Jerapeck, den das verhaftete Männchen am Nachmittag einmal Schweinchen dick genannt hat, unternimmt mit Schremser die notwendigen Schritte. Billig verlässt mit knallenden Schuhen das Dezernat. Kottern will sich auf den Haumerfall konzentrieren. Der Fall ist immerhin einmal anders. Zumindest verwirrend. Kottern wird das Bild nicht los, dass er mit Schrammel und Schremser nur mehr von Tür zu Tür geht, um die Fragen zu stellen, mit denen jeder rechnen durfte. Eigentlich wie auch immer, findet er dann. Er will durch das Finanzamt, in dessen Zuständigkeit Urmacher fällt, über Urmachers Einkommens und Vermögenslage Bescheid bekommen. Da erreicht er heute niemand mehr. Den Bellinger könnte er höchstens für eine Überprüfung der Vermögensteuer empfehlen. Lund steht im Delex, soll bei seinen Aufträgen gezielte Gewährschüsse bevorzugen. Das versetzt Kottern doch in Erstaunen, dem Lunds kurzsichtiger Blick auf den Fotos aufgefallen ist. Vielleicht haben Urmacher, Stoiber und Bellinger sich Lunds Dienste gesichert. Oder nur einer von den dreien. Die könnten sich Lund bestimmt leisten. Gegen Haumer? So kann es nicht gewesen sein. Wie wäre Lund an das von Haumer besorgte Gewähr gekommen? Für ein paar Sekunden hat Kottern zum ersten Mal einen ganz anderen Verdacht. Schremser kommt wieder ins Zimmer. Soll ich da bleiben, fragt Kottern. Ich bleibe, sagt Schremser. Er hat für heute kein besonderes Essen vorbereitet. Das Kuppi-Weibchen, das er einem Papageiplatti ausgeliefert hat, wird erst in ein paar Tagen für Nachwuchs im Aquarium sorgen. Ich bin den Abend über daheim erreichbar. Kottern öffnet die Tür und stößt mit Schrammel zusammen. Nichts habe ich herausbekommen. Schnauft das Helferchen. Habe ich erwartet, sagt Kottern und schließt von außen die Tür. Beim Abendessen ist Kottern mit seiner Frau allein. Gerhard hat schon früher gegessen und sich in sein Zimmer zurückgezogen. Die Mutter ist von einem jüngeren Bekannten, einem Psychologen beim Bundesheer, abgeholt worden. Die beiden gehen in ein indisches Restaurant, nachher ins Kino oder tanzen. Ilse ist nur langsam. Kottern glaubt, dass sie die beste Möglichkeit abwartet, um ihn mit einer Neuigkeit zu überraschen. Er irrt sich nicht. Der Gerhard wird zu keiner Prüfung zugelassen, sagt sie, als ich Kottern über den Nachtisch hermachen will. Kottern schaut sie an, zögert, fängt dann doch an. Erdbeeren mit Staubzucker. Dir ist das egal. Ihre wasserblauen Augen funkeln. Nein, sagt Kottern, soll ich antreten? Und eine Woche nach England will er auch noch fliegen. Jetzt hat er ja genug Zeit. Allerdings, ein ganzes Jahr, verliert er wieder. An wen, fragt Kottern und kratzt sich an der Nase. Im Schnurrbart hängen zwei Erdbeertropfen. Du hast selber zehn Jahre fürs Gymnasium gebraucht. Was habe ich verloren? Der Major beeilt sich mit den Erdbeeren und weicht dem aufkeimenden Streit ins Badezimmer aus. Feigling, sagt Ilse und schaut ihm nach. Er setzt beim Gehen die Fersen wie der Präsident auf. Das Hemd ist ihm schon während des Essens aus der Hose gerutscht, weil er beim Tisch gerne den obersten Hosenknopf öffnet. Eine Angewohnheit, die der Bequemlichkeit dient. Die geschlossene Hose würde seinem Bauch schon noch standhalten. Für den Mann hat Ilse seinerzeit nicht geschwärmt. Kottern sperrt die Tür ab, lässt Wasser einlaufen und klettert in die Badewanne. Vom Telefontischchen im Vorzimmer hat er eines der Merkblätter mitgenommen, die heute in dreifacher Ausfertigung eingelangt sind. Der Wiener Stadtschulrat hat mit der Suchtgiftabteilung der Polizei eine Kampagne gegen den Genuss von Rauschgift durch Schüler gestartet, weil die meisten Eltern völlig ahnungslos sind. Auf den Blättern werden die verschiedenen Formen der Rauschgifte und die Symptome von Süchtigen erläutert. Ein Psychologe lässt sich darüber aus, was bei Schulkindern zum Drogenbrauch führen kann. Alles, sagt Kottern, legt das Merkblatt auf die Waschmitteldonne neben der Badewanne, hält sich die Nase zu und taucht unter. Kapitel 13 People tell me loves for fools Here I go breaking all the rules Buddy Holly Lund hat beim Westbahnhof ein Taxi genommen, nachdem er sich von der Wegfahrt der Streife überzeugt hat. Der Taxifahrer hat ohne Aufforderung von den am Sonntag bevorstehenden Galopprennern in der Freudenau berichtet und seine Mutmaßungen für die Einläufe bekannt gegeben. Lund hat sich in angemessener Entfernung von der Hochhausanlage absetzen lassen. Im Zimmer befreit er sich von seinen Kleidungsstücken, lässt sie da fallen, wo er gerade steht, und bleibt in der Unterhose auf einem Sessel beim Fenster. Er zündet sich eine Zigarette an, lässt den Rauch aber nur in die Mundhöhle vordringen. Die Wohnung muss er umgehend räumen. Die Fahndung nach ihm hat möglicherweise schon eingesetzt. Auf keinen Fall, da macht er sich keine Hoffnungen, bleibt ihm genug Zeit, über einen Straßengrenzübergang aus dem Land zu kommen. Den Leihwagen vor dem Haus kann er vergessen, weil er ihm mit dem Namen Walter Schroth angemietet hat. Er legt das Gewehr auf den Boden der Falttasche und packt Wäsche darüber. Er wird einiges in der Gasonär zurücklassen müssen. Mit dem Koffern will er nicht aus dem Haus. In der Dämmerung schaltet Lund das Licht nicht ein, verharrt auf seinem Posten beim Fenster. Draußen ist kaum noch jemand unterwegs. Um 20.30 Uhr kommt aus der Stiege 2, der gegenüberliegenden Wohnhausanlage eine Frau, die einer orange-roten Digerkatze an einem langen Strick etwas Auslauf verschaffen will. Zwischen den Wohnhausanlagen sind zwei breite Rasenstreifen mit Sträuchern und drei Ahornbäumen, außerdem ein Kinderspielplatz mit Kletterdurm, Wippe und Rutsche. Lund hat die Frau schon an früheren Tagen beobachten können. Erna Kovarik ist 37 Jahre alt, 1,60 Meter groß, vollschlank und hat brünettes Haar. Sie lebt alleine in einer Zweizimmerwohnung. Sie hat sich von ihrem Mann, einem gelernten Installateur, vor sechs Jahren scheiden lassen, weil er ein Dauerverhältnis mit einer wesentlich älteren Tschechin eingegangen war. Kinder hat sie keine. Erna Kovarik arbeitet als Sekretärin und Telefonistin bei einer Getränkeauslieferung. Da hat sie immer schon gearbeitet. Ihr Freundeskreis ist eng. Einmal hat sie bescheiden Hoffnung auf ein von ihr in zwei Tageszeitungen gesetztes Inserat verschwendet. Es sind insgesamt 50 Briefe gekommen, die meisten Zuschriften mit Bild. Eine Ansammlung von Kuriositäten und Idioten. Erna Kovarik hat alle Bilder, wie in ihrem Inserat versprochen, zurückgeschickt und schriftlich ihr Desinteresse mitgeteilt. Auch denen, die kein Rückporto beigelegt hatten. Mit zwei Männern hat Erna Kovarik telefonisch Kontakt aufgenommen. Der eine, ein 30-jähriger Spitalsarzt, ist nicht zum vereinbarten Treffpunkt beim Planetarium gekommen. Der andere war ein 27-jähriger, großer und schüchterner Apotheker, der im Brief behauptet hatte, ausgiebig über Freizeit zu verfügen. Beim ersten Treffen hat er sie mit dem Auto auf der Suche nach einem geeigneten Lokal durch sieben Bezirke kutschiert, bevor sie ihn in ein verlässlich offenes Wirtshaus im Prater umleiten konnte. Auf jeden Fall war er ganz nett und wusste unterhaltsame Geschichten. Beim fünften Treffen, dem zweiten in ihrer Wohnung, hatte er es erst gewagt, ihr Gesicht zu berühren. Gleichzeitig teilte er ihr mit, verheiratet zu sein. Beim sechsten Treffen hat er mit ihr geschlafen und ist mitten der Nacht nach Hause aufgebrochen. Bis dahin war fast ein Jahr vergangen, weil sich die ausgiebig vorhandene Freizeit bald als leeres Versprechen herausgestellt hatte. Die Katze heißt Corinna, ist sterilisiert und gegen Dollwut und Katzenseuche geimpft. Seit zwei Jahren teilte sie die Wohnung mit Erna Kovarik. Den abendlichen Spaziergang unternehmen die beiden, wenn es die Witterung erlaubt, fast jeden Tag, in der Hoffnung, nicht allzu vielen Hunden über den Weg zu laufen. Corinna bewegt sich kreuz und quer über den Rasen, zerrt am Strick, lässt sich nur schwer von einem verwitterten Ahornblatt abbringen, das sich im Wind leicht bewegt. Um 20.45 Uhr betritt Erna Kovarik wieder das Haus, nimmt der Katze das Halsband ab und legt den zusammengerollten Strick samt Halsband in ihr Brieffach im Erdgeschoss. Die Briefträger haben das bisher toleriert, obwohl es sich selbstverständlich um missbräuchliche Verwendung von Eigentum der Post handelt. Beim Lift wartet ein großer Mann, der eine Reisetasche in der rechten Hand hat. Er grüßt und hält ihr die Aufzugstür auf. Welche Etage? fragt er. Dritte gibt Erna Kovarik bereitwillig Auskunft, die für die Liftfahrt die Katze auf ihren Arm genommen hat. Der Mann hat Etage gesagt, fällt er auf. Nicht wie üblich, Stock. Der ist nicht von hier, denkt sie. Der Mann in der offenen Lederjacke drückt den Knopf des dritten Stockwerks, der aufleuchtet, dann den des sechsten. Erna Kovarik kennt niemanden aus dem sechsten Stock persönlich. Auf Wiedersehen, sagt sie im dritten Stock, während ihr der Mann wieder die Tür öffnet. Dann kommt er hinter ihr zur Wohnungstür nach. Noch im Umdrehen nach ihm hört sie das Geräusch eines aufspringenden Messers. Er hält ihr den Springer an den Hals und den Mund zu. In die Wohnung, befiehlt er. Dali und kein Wort. Sie hat den Schlüssel schon in der Hand gehabt, sperrt auf, was ihr nur umständlich gelingt, obwohl sie sich nicht absichtlich Zeit lassen will. Lund hält sie jetzt am linken Oberarm fest, die Tasche hängt in seiner linken Armbeuge. Was wird das? Geht ihr durch den Kopf? Raub? Vergewaltigung? Er betritt mit ihr im Gleichschritt den Vorraum. Licht verlangt er, und sie schaltet das runde Wandlicht neben dem Spiegel in Körpergröße ein. Lund macht die Tür mit dem Fuß zu. Kein lautes Wort, drückt er sich jetzt genauer aus und nimmt das Messer ein wenig zurück. Sie tun mir weh. Er lässt ihren Oberarm los, die Katze springt auf den Linol-Boden und jagt in die Küche. Besuchern gegenüber bleibt Corina reserviert, weil die nur ihre Gewohnheiten durcheinander bringen. Wo führt die Tür hin? Ins Bad, ins Klo, in die Küche, ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer zählt Erna Kovarik auf und zeigt auf die entsprechenden Türen. Der Versuch, ihre Angst nicht zu zeigen, ist nicht einmal ein Versuch. Erwarten sie jemand? Sie will schon mit Ja antworten, überlegt er sich, aber angesichts der wieder näher kommenden Messerspitze. Nein. Sind die Vorhänge in den Zimmern zugezogen? Ja. Sie machen in jedem Raum Licht, Erna Kovarik will gleich mit dem Badezimmer anfangen. Er hält sie noch einmal zurück. Haben Sie eine Waffe in der Wohnung? Nein, sagt sie und schaltet hintereinander die verschiedenen Beleuchtungen ein. Lund stellt die Tasche auf die Eckbank in der Küche. Wenigstens eine übersichtliche Wohnung registriert er zufrieden. Während ihres Beleuchtungsrundgangs hat er das Zuleitungskabel des Vierteltelefons aus dem Kästchen an der Vorzimmerwand gerissen. Den Schlüssel hat er ihr abgenommen, die Wohnungstür von innen zugesperrt und den Schlüssel in seine Hose gesteckt. Hat jemand einen zweiten Schlüssel zur Wohnung? Nein. Erna Kovarik steht wieder im Vorzimmer, weiß nicht, was sie unternehmen könnte, während Lund das Wohnzimmer und das Schlafzimmer begutachtet. Sie rafft sich zu einem Satz auf. Was ist mit Ihnen? Ich werde gesucht, sagt er. Genügt das? Machen Sie bitte nichts Unüberlegtes. Bitte? Ja, machen Sie keine Schwierigkeiten. Meine Situation lässt keine Rücksicht zu. Lund hat noch immer das offene Messer in der Hand. Der Griff ist braun und schmal, die Klingel kurz. In der Gasonier hat er sich nicht mit der Beseitigung seiner Spuren aufgehalten. Das Material über Haumer hat er mitgenommen, um es bei nächster Gelegenheit zu vernichten. Ziehen Sie sich aus, heißt sein nächster Befehl. Also doch, Vergewaltigung, denkt Erna Kovarik, fast schon gleichgültig und kommt seiner Aufforderung nach. Schwein, sagt sie. So sind sie für mich am ungefährlichsten, behauptet Lund. Das stimmt zwar zum Teil, andererseits gefällt es ihm, hier seine Macht auszunützen, die nur von einem kurzen Messer gesichert wird. Sie streift die Schuhe, die Bluse und den Faltenrock ab. Ihre Überlegungen, ob es eine Chance gegen den um einen Kopf größeren Mann geben könnte, führen nicht weit. Sie hat vorhin nicht gelogen. In der ganzen Wohnung gibt es keine Waffe, wenn man von den Weltschliffmessern in der Küchenlade absieht. Vielleicht hätte sie den Judo-Kurs, den sie vor ein paar Jahren begonnen hat, doch zu Ende besuchen sollen. Er fordert sie stumm zum Weitermachen auf. Sie kommt zuerst aus dem gelben Slip, auf dem Monday steht, heute ist Mittwoch. Dann zieht sie den gelben BH ohne Körbchen, der sich nicht öffnen lässt, über den Kopf. Außer den weißen Socken, die ihr etwas über die Knöcheln reichen, ist sie nackt. Sie verschränkt die Arme vor ihren Brüsten und schaut zu Boden. Ein bisschen Restbräune vom Vorjahr ist zu sehen. Auf dem rechten Oberschenkel befindet sich ein dunkler Fleck, der dicht behaart ist. Die Haare zwischen den Schenkeln sind heller. Erna Kovarik sammelt ihre Kleidungsstücke ein, behält dabei ihren linken Arm weiterhin vor den Brüsten. Sie bringt das Gewand ins Badezimmer, legt es auf die Waschmaschine. Und jetzt habe ich Hunger. Was haben sie im Kühlschrank? Buttermilch, Extrawurst, Emmentaler und zwei Schweinsschnitzel. Gut, sagt Lund, sie kochen. Wiener Schnitzel habe ich noch nicht gehabt, obwohl ich schon einige Tage hier bin. Die werden sie doch zustande bringen. Ja. Sie macht ihn nicht darauf aufmerksam, dass zu einem richtigen Schnitzel Kalbfleisch gehört. Sie nimmt die beiden Fleischstücke aus dem Eiskasten und aus einem Fach daneben die Schachtel mit der Fertigbarnier. Lund hat sich zum Küchentisch gesetzt, erlegt das Messer mit der nun eingezogenen Klinge auf die grüne Tischplatte. Erna Kovarik holt die Sicherheitspfanne aus dem Hängekästchen hinter Lund. Im Kästchen steht auch der schwere Drucktopf. Er verfolgt sie ausnahmsweise nicht mit seinem Blick. Sie stellt sich vor, wie sie den Topf auf seinen Schädel niedersausen lässt. Die ganze Küche sieht sie voll Blut. Könnte sie schnell genug sein? Schließen sie den Schrank, sagt er. Sie macht das Kästchen schnell zu und geht mit der Pfanne zum Elektroherd. Die Platte ist schon eingeschaltet. Die Pfanne ist nicht mehr neu. Erna Kovarik benötigt schon einigermaßen Öl, damit nichts anbrennt. Die Frau bleibt bei den in der Pfanne schwimmenden Schnitzeln. Ihm imponiert das Bild mit der nackten Frau am Küchenherd. Sie hat es inzwischen aufgegeben, ihre Brüste zu verstecken. Lund steht auf, tritt von hinten an sie heran und streichelt ihre Brüste. Die Brustwarzen reagieren nicht auf seine Berührungen. Sie schweigt, wendet die Schnitzel. Lund lässt sie los und setzt sich wieder zum Tisch. Au, schreit sie, weil sie ein hochspritzender Fetttropfen oberhalb des Nabels getroffen hat. Jetzt bekommt sie eine Gänsehaut. Vor dem Essen öffnet Lund eine Flasche Rotwein, die neben den Eiskasten auf ihre Verwendung gewartet hat. Der Wein hat keinen Namen, heißt nur Tafelwein und ist aus einem Großmarkt in die Küche von Erna Kovarik übersiedelt. Die Getränkeauslieferung, in der sie angestellt ist, beschäftigt sich ausschließlich mit Bier und Colaersatz. Lund bestimmt, dass sie ebenfalls ein Schnitzel essen muss und zumindest genauso viel Rotwein trinkt wie er selbst. Der Wein schmeckt indiskutabel. Kopfschmerzen wird er davon bekommen, ist Lund jetzt schon sicher. Er betrachtet sie auch während des Essens unentwegt. Ihre Brüste sind gar nicht besonders groß, hängen kaum nach unten. Die Streifen des BHs sind blasser geworden. Ihre Schultern sind breit, die rechte hält sie ständig etwas tiefer als die linke. Er wird sich diese Frau nicht entgehen lassen, fasst er einen endgültigen Entschluss, während sie ein paar losgelöste Panierstücke zum Tellerrand schiebt. Nach dem Essen stellt er die weißen Teller in die Waschmuschel. Die halbvollen Gläser bleiben auf dem Küchentisch. Das Radio im Wohnzimmer liefert Jackson-Musik, die Lund auch per geringer Lautstärke unerträglich findet. Er sucht ein anderes Programm, stößt auf die direkte Übertragung eines Fußballspiels im Europacup. Dann meint Peter Alexander in der deutschen Fassung eines Presley-Schlagers, bist du einsam heute Nacht? Im Moment nicht, sagt Lund. Danke für die Nachfrage. Er dreht das Radio ab. Wollen Sie was spielen, fragt Erna Kovarik, um wenigstens irgendetwas zu sagen, als sie die rauschende Toilette verlassen hat und im Türrahmen zum Wohnzimmer stehen bleibt. Spielen? Schach vielleicht, schlägt sie vor, obwohl ihr dieser Vorschlag gleich wieder abwegig vorkommt. Schön, sagt er. Seit Jahren hat er nicht mehr Schach gespielt. In der Schule hat er sich manchmal an kleinen Turnieren beteiligt. Sie holt das zusammengerollte Lederbrett und den ehemaligen Schnittenkardon mit den Figuren auf dem Sekretär. Ein schwarzer Durm fehlt, den Lund durch ein eingepacktes Hustenzuckerl ersetzt. Er überlässt er die weißen Figuren. Gespielt wird auf dem Tisch im Wohnzimmer, der zweite Esstisch in der Wohnung. Er verlangt, dass sie beide Beine unter dem Tisch auf seine Oberschenkel legt. Er streichelt sie bis zum Knie. Sie zuckt hin und wieder mit den Kniescheiben, vermeidet es jedoch, ihn anzusehen. Er bleibt bei ihren Knien, kommt nicht höher, eine selbst gesetzte Grenze. Als Gymnasiast hat er sich, wenn er mit Mädchen weg war, auch immer für jedes Treffen eine Grenze gesetzt, über die er sich nicht hinauswagen wollte. Erna Kovarek spielt nicht besser als er, lässt sich aber mehr Zeit. Er büßt ein Pferd und einen Läufer ein, weil er sich zu schnell für die einzelnen Züge entscheidet. Als er zum ersten Mal verloren hat, lächelt sie ihn sogar an. Nichts Unüberlegtes unternommen, meint sie, wie sie gesagt haben. Wie heißen sie? Erna. Ich heiße Konrad Fellerer. Das ist nicht gelogen, denn in österreichischem Bass steht dieser Name. Sie lächelt noch einmal. Finden sie Konrad komisch? Ja. Er hebt jetzt auch seine Beine, findet mit beiden Fersen auf ihrer Sesselfläche Halt und berührt sie von links und rechts mit den großen Zehen an den Hüften. Sie gibt vor, keine Notiz davon zu nehmen. Lund verliert auch die zweite Partie, obwohl sie, wieder mit den zwei weißen Figuren, mit einem Durmbauern eröffnet hat. Er lässt zwei Partien Fressschach folgen, das komplette Gegenteil von Schach. Hier gewinnt, wer zuerst keine Figuren mehr auf dem Brett hat. Lund kann auch bei diesem Spiel nicht reisieren. Für ein paar Minuten wechseln sie wieder in die Küche. Sie stellt in einer Teekanne Wasser auf und füllt zwei Tassen mit Filterkaffee. Jakobs Monarch. In Jugoslawien heißt der Kaffee Republik, behauptet Lund. Er beordert sie ins Bad, füllt selber die Wanne bis zur Hälfte mit Wasser und misst die Temperatur mit dem Badetermometer. Sie steckt sich die Haare hoch und steigt vor ihm in die Wanne. Lund nimmt auf dem Gummistoppelplatz der Sicherheitsabfluss drückt sich gegen seinen Rücken. Wie rücksichtsvoll, denkt sie, er will seine Beine zwischen ihre Beine schieben. Sie presst die Beine fest aneinander. Sie beginnt sich zu waschen. Er seiftet den Rücken ein, legt die Seife weg und zieht sie zu sich. Sie behält die Augen offen und presst die Lippen zusammen. Er lässt sie wieder auf ihrem Platz in der Wanne. Sie finden das vielleicht romantisch, ich nicht. Er dreht ihr den Rücken zu, lässt sich einseifen. Darf ich aussteigen, fragt Erna Kovarik, als sie den Schaum von ihrer Haut gespült hat. Er nickt, während er mit der Seife seine Achseln bearbeitet. Sie nimmt das Badetuch vom Haken, trocknet sich ab, geht ins Vorzimmer, öffnet einen Kasten und legt Lund ein Handtuch, weiße Herzen auf rotem Frottee über die Waschmuschel. Auf der weißen Tabete im Klo befinden sich rote Herzen. Sie putzt sich die Zähne, bevor sie das Badezimmer verlässt. Er hört sie ins Schlafzimmer gehen. Sie dreht sich gleich wieder um, bewegt sich vorsichtig zum Telefon im Vorraum, hebt ab. Lund kommt nicht besonders schnell, aber noch nass aus dem Bad. Wen haben sie anrufen wollen? Ich weiß es nicht, tut mir leid. Schon bevor sie festgestellt hat, dass die Leitung unterbrochen ist, ist sie unsicher gewesen, ob sie wirklich die Polizei anwählen soll. Was lässt sich die Polizei in so einer Situation einfallen, hat sie überlegt. Nehmen die überhaupt auf sie Rücksicht, wenn etwa ihr aufdringlicher Besucher besonders intensiv gesucht wird? Das Leben ist schwer genug, sagt Lund, ärgerlich. Nimmt ihr den Hörer aus der Hand und legt ihn auf die Gabel. »Es ist noch schwerer, wenn man blöd ist«, den Satz hat er in einem Buch gelesen, das nicht vom Camus ist. Philosophisch stimmt sie ihm zu. Er scheint ihren Versuch, doch gelassen hinzunehmen. Sicherheitshalber dreht sie einen Schritt zurück. Lund versetzt ihr zwei schallende Ohrfeigen mit der verkehrten Hand. Sie heult los, flüchtet ins Bett. Tut mir leid, sagt er, obwohl sie das bestimmt nicht mehr hören kann. Im Bad rasiert er sich mit dem Nassautomaten aus seiner Reisetasche und vergisst auch nicht eine Portion Hautbalsam hinterher. Er löscht das Licht im Schlafzimmer, bevor er auf der rechten Seite von ihr ins Bett steigt. Die Abschlusswände des Bettes sind aus Bambusrohr. Die Katze hat er auf den Gang gelassen, nicht gerade Corinas Lieblingsplatz. Das Bett ist Lund viel zu weich. Erna Kovarik schluchzt noch immer. Die beiden Schläge haben die über Stunden in ihr aufgestauten Angst- und Hassgefühle entladen. Ihr Polster ist nassgeweint, bemerkt Lund. Er schiebt einen Arm unter ihren Nacken und dreht sie auf den Rücken. Wie ein Kind seiner Puppe Bewegung aufzwingt, findet sie. Mit der rechten Hand zeichnet er Quadrate und Kreise auf ihren Bauch. Das kann er lange machen, glaubt sie. Er kommt schließlich unter die Duchend, leckt an ihren Brüsten, bevor er sich mit dem Kopf zwischen ihre Beine drängt. Sie will ihn zurückhalten, hat nicht genug Kraft dazu, weil sie ihre Fingernägel nicht einzusetzen wagt. Der Unbekannte ist der erste Mann, der das bei ihr versucht. Ihr Installateurmann hat es für bewährst gehalten. Die wenigen nachfolgenden Bekanntschaften konnten sich nicht dazu entschließen. Er muss das oft gemacht haben, nimmt sie an, denn die Bewegungen seiner Zunge beginnen zu wirken. Sie hält sich den Polster gegen das Gesicht, versucht sich immer wieder wegzudrehen, beißt in den Polster. Er drückt mit den Händen ihre Oberschenkel gegen die Matratzen. Er erreicht, was er vorgehabt hat. Sie kommt ihm nicht aus, wimmert, schreit, dass er aufhören soll. Angenehm war es bestimmt nicht, denkt sie, als er den Griff lockert. Sie zieht die Beine an, zu weinen hat sie aufgehört. Lund dreht sie zur Seite und hebt ihr rechtes Bein hoch. Jetzt spürt sie gar nichts mehr, nur seine langsamen, gleichmäßigen Bewegungen. Sie ist fast froh über diese Veränderung. Auf keinen Fall will sie ihn in Wut bringen und überlegt, ob sie ihm etwas vorschwindeln soll. Als sie sich dafür entschieden hat, hält er die rechte Hand gegen den Mund. Er beeilt sich nicht, bleibt bei seinen Bewegungen stur wie ein Metronom. Zuletzt umfasst er mit beiden Händen ihren Hintern. Als er fertig ist, sagt er so und zieht sich nach einer weiteren Minute aus ihr zurück. Er hat die ganze Zeit keinen Laut von sich gegeben, nur immer wieder lange den Atem angehalten. Schauen Sie zu mir, verlangt er. Sie dreht sich zu ihm, liegt mit der rechten Wange auf seinen Oberarm und der Schulter. Sie ist schläfrig. Dabei müsste sie aufgeregt sein. Nicht einmal der Bohnenkaffee wirkt. Lund betrachtet die Lichtflecken an der Decke. Ein Fleck sieht aus wie ein Colt. Das Bett ist für zwei zum Schlafen recht unbequem. Das Ehebett hat Erna Kovarik noch am gleichen Tag, an dem das Scheidungsurteil Rechtskraft erlangte, abholen lassen. Andererseits wird Lund auf jeden Fall durch jede ihrer Bewegungen während der Nacht aufwachen. Sie wird ihn, falls sie etwas vorhat, nicht überraschen können. Sie ist wirklich beim Einschlafen, spürt er. Zuerst zuckt sie mit den Beinen, dann mit dem ganzen Körper. Keine übrige Situation, urteilt Lund, für einen Tag, an dem er fast für immer ins Gefängnis geraten wäre. Bevor Erna Kovarik am Morgen nach sechs richtig wach ist, fällt Lund noch einmal über sie her. Sie hat die Augen offen und beobachtet ihn. Um sieben Uhr rasselt der Wecker. Ich muss weg, erklärt sie und richtet sich im Bett auf. In die Arbeit. Heute haben sie frei, sagt Lund, gönnerhaft, der bereits aufrecht im Bett gesessen ist und eine unangezündete Zigarette im Mund hat. Er will sehen, wann der Byromane in ihm die Oberhand behält. Ich verliere die Stelle. Na gut, rufen sie eben an. Melden sie sich krank. Das Telefon ist kaputt. Von der Telefonzelle aus können sie das ebenso gut erledigen. Kommen sie mit. Ihr Gesicht ist verdrückt. Ich warte hier. Sie kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass er plötzlich jede Vorsicht vergisst und sie aus der Wohnung lässt. Die Socken hat sie die ganze Nacht über angehabt. Sie wäscht sich über der Waschmuschel, eher über der Badewanne, die noch den Schmutzrand von gestern aufweist. Die Katze bekommt frische Leber auf dem Eiskasten in einer Schüssel. Lund nimmt das zerlegte Gewehr aus seiner Reisetasche, setzt es beim Wohnzimmertisch zusammen. Wollen sie aus meiner Wohnung auf jemand schießen, will er nach Kovarig wissen. Sie steigt nur in ihre Döffler, die sie etwas größer erscheinen lassen. Nein, gehen sie noch nicht? Wer garantiert Ihnen, dass ich wiederkomme? Ich kann sie von der Haustür bis zum Fernsprecher sehen. Sie werden zurückkommen. Er hält das zusammengestellte Gewehr in ihre Richtung. Ich gehe schon. Außerdem haben sie die Geißel vergessen. Lund berührt mit dem Gewehr den Kopf der Katze, die plötzlich noch kleiner aussieht. Die Katze hat ihre Leber bereits verzehrt und streift mit der Schnauze zweimal den Gewehrlauf, der auf sie gerichtet ist. Läuten sie nirgends im Haus an, gibt er Erna Kovarig als Rad mit auf dem Weg. Das kann ich hören. Wenn sie nicht in 30 Sekunden vor dem Haus auftauchen, ist die Katze tot. Lund sperrt die Wohnungstür auf, hört Erna Kovarig Schritte zum Lift, während er die Katze zurückhält, die ihrer Besitzerin folgen will. Dann postiert er sich im Schlafzimmer beim Fenster. Den blauen Vorhang schiebt er auf die Seite. Von draußen kann im Wegen des Spitzenvorhangs bestimmt niemand erkennen. Die Katze streicht jetzt um seine Füße. Erna Kovarig verlässt das Haus. Sie nimmt den kürzesten Weg zum öffentlichen Fernsprecher, der sich neben dem jetzt leeren Kinderspielplatz befindet. Sie dreht sich kein einziges Mal um. Das Gewehr ist schussbereit. Lund beobachtet sie durch das aufgesetzte Zielfernglas. In der Telefonzelle kann er sie nur von hinten beobachten. Er zielt zwischen ihre Schulterblätter. Nach nicht einmal vier Minuten ist sie wieder in der Wohnung. Was sagt die Firma? erkundigt sich Lund. Oder haben sie woanders angerufen? Alles in Ordnung. Ich habe Angina. Lund steht mit dem Gewehr im Vorzimmer. Sie weiß, was kommt. Die Wiederholung der Striptease-Vorstellung von gestern. Heute will er, dass sie sich nur oben frei macht und aus der Unterhose steigt. Den Faltenrock darf sie anlassen. Dieses Gefühl, sie ständig im Reichweite, ständig zu seiner Verfügung zu haben, findet er aufregend. Erna Kovarik fügt sich. Ihre Verachtung ist nicht kleiner geworden. Auf der heutigen Unterhose steht Justy. Sie bleibt hartnäckig um zwei Tage zurück. Um 8.05 Uhr läutet es an der Wohnungstür. Wer ist das? fragt Lund. Vielleicht der Briefträger. Sie zieht rasch den Morgenrock über, der auf einem Kleiderhacken an der Außenseite des Vorzimmerkastens hängt. Der Kleiderhacken fällt auf den Boden. Für Lund klingt das Geräusch wie Poltern. Sie werden nicht aufmachen. Der kann mich gesehen haben, warnt sie, als ich telefoniert habe. Ich bleibe hinter der angelehnten Tür im Wohnzimmer. Gebt Lund nach. Mit dem Gewehr. Nehmen Sie Ihre Post in Empfang. Unterschreiben Sie, falls das notwendig ist. Aber halten Sie den Mann nicht auf. Beim dritten Klingeln öffnet sie. Es ist ein Mann vom Telefondienst, der die mehrfach gemeldete Störung beheben will. Er stellt seine Arzttasche neben das Telefon. Den Schnitt im Kabel findet er schon nach wenigen Sekunden. Er schaut Erna Kovarik vorwurfsvoll an, die sich auf die Katze ausredet. Kräftiges Biest, meint er und wechselt das Zuleitungskabel aus. Eine Arbeit, die er bald erledigt hat. Was kostet das? Nichts. Den Preis finden Sie auf der nächsten Telefonrechnung. Beim Eintreten ist ihm ihre leichte Bekleidung gleich aufgefallen. Er macht sich geile Hoffnungen und will das Vorzimmer nicht verlassen. Ich muss der Verrechnungsstelle nicht unbedingt die Reparatur melden, sagt er und stößt mit zwei anzüglichen Bemerkungen nach. Erna Kovarik zeigt auf die Schuhe Lunds, die unter der Kleiderablage stehen. Lächerlich ist ihr erster Gedanke, dass sie sich gegen die beginnende Aufdringlichkeit mit einem Hinweis auf den Mann wehren muss, der sie seit gestern terrorisiert. Mein Mann ist zu Hause, erklärt sie. Lund hat die Situation erfasst und beginnt im Wohnzimmer zu pfeifen. Jetzt hat es der Telefonmann eilig. Bevor er Lund ins Vorzimmer treten kann, hat Erna Kovarik den Morgenmantel wieder ausgezogen. Schnell begriffen, lobt Lund. Bedanken wollen sie sich nicht? Bestimmt nicht. Hätten sie zuschauen wollen? Er schickt sie zum Einkaufen weg. Für das Mittagessen bestellt er sich einen Bauernschmaus, Zeitungen soll sie ebenfalls mitbringen. Während ihrer Abwesenheit überprüft er die Utensilien, die zu seiner vorübergehenden Veränderung notwendig sein werden. Er wird die Reise in den Westen Österreichs mit fast schwarzen Haaren und dementsprechenden Bart antreten. Das Foto im Pass ist auf diese Veränderung vorbereitet. Als Erna Kovarik zurück ist, weiß sie Bescheid. Sie hat die Artikel in den Zeitungen gelesen, die Enfas und Profilfotos gesehen. Lund studiert den Bericht über seine Fahndung. Warum verschwinden sie nicht? fragt Erna Kovarik. Sie sind verrückt. Draußen rennt jeder Zweite mit einer Zeitung in der Hand durch die Gegend und hält nach mir Ausschau. Sie können nicht ewig hierherum sitzen, habe ich nicht vor. Wie lange glauben Sie, halte ich das aus? Stellen Sie sich nicht an. Beim nächsten Stopp am Schlafzimmerfenster sind die auffällig vielen unauffälligen Herren im Freien nicht zu übersehen. Er zerrt sie zum Fenster. Was haben sie gemacht? Nichts verteidigt sie sich. Nur wenig später ist Lund beruhigt. Die Hochhausanlage wird umstellt. Wahrscheinlich hat sich der Briefträger an sein Gesicht erinnert. Jetzt kommen auch uniformierte Polizisten dazu. Zwei Männer in Übergangsmänteln und dreieckigen Hüten verlassen das Hochhaus. Gleich darauf betreten es ein paar andere in kugelsicheren Westen. Ihre Köpfe sind ohne Schutz. Er würde sie nicht verfehlen, ist Lund sicher, wenn er dieses Aufgebot noch in der kleinen Wohnung drüben empfangen müsste. Als er Schüsse im Hochhaus hört, schmunzelt er. Kapitel 14 Was ist das bloß für ein beschissenes Land, wo schon morgens um sieben die Sonne aufgeht? Udo Lindenberg Adolf Kottern betritt kurz nach sieben das Büro. Schremser hat im Nebenzimmer mit dem Kopf auf dem Computertisch geschlafen und dabei zwei Schnellhefter als Kopfpolster verwendet. Der Bundespräsident an der Wand hat die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Beim Eintreten Kotterns wacht Schremser auf und daumelt zu seinem Schreibtisch. Er rollt den Kopf, weil er Schmerzen im Nacken hat. Wie war die Nacht? Nicht aufregend, berichtet Schremser gähnend. Die Hinweise sind überschaubar geblieben, ließen sich praktisch alle durch Funkstreifen überprüfen. Ich habe das Thema nicht verlassen müssen, habe sogar Zeit zum Lesen gehabt. Kottern ist bekannt, dass sich Schremser hin und wieder lateinische Texte im Original vornimmt. Bevorzugt Kadol Ovid und Salust. Ein paar intelligente Herren haben allerdings Polizei gespielt, setzt Schremser fort. Ein schwedischer Torhüter ist attackiert worden, wobei er Gesichtsverletzungen und einen Armbruch davongetragen hat. Der Schwede ist gestern nach Wien gekommen, um bei der Austria ein Probetraining zu absolvieren. Die Täter sind flüchtig. Im 16. Bezirk hat ein Konditor einen Jugoslawen angeschossen, weil er den gesuchten Killer vor sich zu sehen glaubte. Der Jugoslabe weist nicht die geringste Ähnlichkeit mit Lund auf. In den letzten Stunden war überhaupt nichts mehr los, beschließt Schremser seinen Bericht zur Lage des Dezernats. Er nimmt Kottern die mitgebrachten Zeitungen ab. Auf den ersten Seiten gibt es keine Meldungen außer vom internationalen Mörder in Wien. Nur ein paar kleine Anzeigen ließen sich nicht von den Titelseiten verdrängen. Die Zeitungen konstruieren Zusammenhänge mit der OPEC, dem Konferenzzentrum und den für nächste Woche erwarteten europäischen Außenministern. Schraml, der heute auch früher kommt, wirft zuerst einen Blick auf die Sportseite. Das Ergebnis des Europacup-Spiels ist allerdings deprimierend. Eine ganz andere Meldung hat es Schramser angetan, der sie nicht für sich behalten kann. Ein amerikanischer Sheriff hat ein UFO gesehen und angeblich mit dem Revolver abgeschossen. UFO, sagt Schraml, ein unbekanntes Flugobjekt, erklärt Schramser. Der war besoffen. Dagegen ist unser Bilch direkt nett. Stimmt, bestätigt Kottern, der seine leblose Gesichtshälfte mit den Fingerknöcheln der rechten Hand massiert. Der hat es auf höchst realistische Flugobjekte abgesehen. Ähnlich kommt die erste vielversprechende Meldung in der Lund-Fahndung. Ein Aushilfsbriefträger im 22. Bezirk gibt an, gestern in der Früh Lund in einem Hochhaus begegnet zu sein. Er kann sich sogar an die Stieger erinnern. Nach Durchsicht der Wohnungsliste kommt nur eine Gasonär im zweiten Stock in Frage. Sie ist vor Wochen gemietet und im Voraus bezahlt worden. Die notwendige Aktion wird eine Spezialtruppe der Staatspolizei übernehmen, die für solche Fälle theoretisch und praktisch vorbereitet ist. Der Leiter dieser Spezialeinheit ist Heinz Bauer persönlich. Der Stapo-Chef ähnelt seinem Bruder Heribert Billig durchaus. Rechthaberisch und eingebildet. Kotter und Schremser werden an der Aktion, die die Festnahme Lunds zum Ziel hat, nur am Rande teilnehmen. Die Verantwortlichkeit liegt völlig bei Oberstleutnant Bauer, der sich keine besonderen Probleme vorstellen kann. Für jede Eventualität ist in den letzten Monaten ein detaillierter Plan ausgearbeitet worden, belehrt Bauer die Beamten vom Morddezernat. Im vorliegenden Fall gilt Plan 4. Zuerst werden wir die benachbarten Wohnungen räumen, auch die einen Stock höher und einen Stock tiefer gelegenen. Dann wird angeläutet. Da nicht anzunehmen ist, dass dieser Lund freiwillig öffnen wird, brechen wir die Tür auf und stellen ihn. So einfach ist das, sagt Kottern. Kein sensationeller Plan, den Bauer mit herausgestreckter Brust vorgetragen hat. Die Zustimmung der Hausverwaltung wurde bereits eingeholt, verkündet Bauer, der dem ersten Auftritt seiner Einheit datendurstig und erwartungsvoll entgegensieht. Von mir aus kann es losgehen. Bis zur Räumung der Wohnungen werden nur Zivilbeamte das Hochhaus umstellen. Das findet sogar Kottern vernünftig. Um 8. Uhr 50 ist es soweit. Die Wohnungen sind geräumt. Das hat keine erheblichen Schwierigkeiten verursacht, weil die meisten Mieter ihre Wohnungen ohnehin in der Früh verlassen haben. Die Spezialeinheit, die zwei Überfallkommandowagen füllt, kann aus der Bereitschaft anrücken. Bauer hat sie selbst mit Hilfe eines kleinen Sprechfunkgeräts in Bewegung gesetzt. Kottern und Schremser ergänzen in sichere Entfernung beim Dienstwagen das Kontingent der Zivilbeamten. Mit seinem Assistenten Mörtel begibt sich Bauer zur Wohnungstür im zweiten Stock und läutet an. Sie warten links und rechts neben der Tür ab, falls Lund mit Schüssen durch die Tür antworten sollte. Bauer hat das erst kürzlich in einem italienischen Western gesehen und nicht vergessen. Die Tür wird wie angenommen nicht geöffnet. Bauer ist aber sicher im Wohnungsinneren Schritte gehört zu haben. Er muss drinnen sein, gibt er auch gleich darauf über Funk bekannt. Er gesellt sich zu den Beamten, die das Haus umstellen, bleibt mit einem Megafon, das er nicht verwendet, hinter einem der Ahornbäume. Kottern kann ihn vom Auto aus beobachten. Bauer hat zur Zeit kurzgeschnittene Haare und blutunterlaufene Augen. Die Krawatte steckt er ins Hemd. Drei Männer sollen in die Wohnung vordringen, vier weitere bleiben im Stiegenhaus. Wolfgang Muckenhuber ist der Erste. Das Eintreten der Tür gelingt auf Anhieb. Beim nächsten Schritt stolpert er über den von Lund extra da im Vorzimmer placierten Koffer und stürt zu Boden. Peter Nemeczek der als Nächster kommt stürmt über den am Boden liegenden Kollegen ins Zimmer rechts und fällt über den anderen Koffer. Beim Sturz löst sich ein Schuss aus der Dienstwaffe der seinen Weg durch das großflächige Fenster ins Freie findet. Ein Polizist hinter dem Fliedersträuchen fühlt sich betroffen und erwidert das Feuer aus seiner MP. Nur knapp entgeht Nemeczek in der Gasoner zwei Kugeln die von den Wänden abprallen. Eine Kugel bleibt in der umgehängten Weste stecken. Auf einer Nebenfahrbahn sind zwei patrouillierende Funkstreifen Autos unterwegs gewesen. Beim ersten Schuss wurde der vordere Wagen je gebremst, der zweite ist heftig aufgefahren. Den Fahrern ist nichts passiert. Die Autos sind schwerst verletzt. Idioten schreit Bauer durch das Megafon und wirft seinen Hut in den Rasen. Der dritte vorgesehene Eindringling öffnet in der Küche das Fenster und gibt eines der verabredeten Zeichen. Lund ist nicht da. Kotang geht jetzt mit Schremser auf das Haus zu. Wenn Bauer Glück hat, wird seine nicht eben beispielgebende Aktion mit der Anordnung nicht für die Öffentlichkeit bestimmt versehen. Dieses Glück wird ihm Heribert Billig nicht lassen. Schremser und Kottern inspizieren die Kleinwohnung. Zwei Bässe, die Lund benutzt hat, können sichergestellt werden. Einer lautet auf den Namen Schrot. Im Fach über dem Bett liegt ein Taschenbuch der Fremde. Es beginnt mit den Worten Heute ist Mama gestorben. In den zurückgelassenen Kleidungsstücken findet sich nicht der geringste Hinweis. Schremser stochert mit einer Krücke hinter eine lockere Sesselleiste an der Wand, bückt sich und entdeckt eine Fotografie. Erwin Haumer als Besucher eines Fußballspiels. Das Bild ist Klund gestern aus der Mappe gerutscht, die er eilig in die Reisetasche gepackt hat. Haumer hat ihn also doch engagiert, glaubt Schremser, der die Fotografie nur an den Kanten berührt. Möglich, sagt Kottern. Er findet die sich ständig etwas erweiternde Gedankenkette unlogisch und sinnlos. Haumer besorgt das Auto, indem er umgebracht wird. Er besorgt auch die Waffe und dingt einen professionellen Mörder, der den Schuss abgibt. Warum zum Kuckuck? Schrammel, der im Büro zurückgeblieben ist, strahlt unübersehbar. Er hat auf Anordnung Kotterns mit dem Finanzamt telefoniert. Dem Uhrmacher gehören verschiedene Häuser in mehreren Wiener Bezirken, erzählt er. Es sind zum Teil tadellose Häuser, aber auch Abbruchobjekte dabei. Und warum grinst du wie ein Hutschpferd, fragt Kottern. Zwei Häuser gehören ihm mit Alfons Stoiber gemeinsam, sagt Schrammel und nickt jetzt auch noch wie ein Hutschpferd. Egal, den hat er gestern noch gar nicht gekannt. Ein beinlicher Kurzschluss, gibt ihm Kottern recht. Der Major lässt sich vom Kellner und der kämpferischen Sekretärin nicht bremsen. Jakob Uhrmacher ist am Schreibtisch gesessen, hat die Zeitungen durchgesehen und offenbar beim Polizeifunk mitgehört, stellt Kottern fest, als er in Uhrmachers Büro Wohnzimmer tritt. Durch den Lärm, den die Überwindung des Personals verursacht hat, ist Uhrmacher gewarnt worden. Die Kenntnis der einzelnen Code, die von der Polizei verwendet werden, will Kottern ihm nicht zutrauen. Wir hatten noch nicht das Vergnügen, sagt Uhrmacher, der zwischen den abgeschalteten Funkanlagen und dem Schreibtisch steht. Wird auch nur ein kleines, erwidert Kottern. Er variiert immerhin den Satz, den Dr. Surada neulich in der Leichenhalle als Einleitung gebraucht hat. Kottern nimmt automatisch den Ausweis aus der Stecktuchtasche. Ist Ihr Chef heute nicht mitgekommen, wundert sich Uhrmacher, der schon zu den Ledersitzen zeigt. Ich bin der Chef. Und was Wichtigeres haben sie nicht zu tun? Uhrmacher deutet auf den Bericht über Lund in der Zeitung seiner Wahl. Kottern im Platz überhört den Einwand. Er hat sich keine Umwege überlegt. Sie besitzen mit dem Stäuber gemeinsam zwei Häuser. Stört Sie das? meint Uhrmacher lässig. Gestern haben Sie meinem Assistenten die Frage, ob Sie den Stäuber kennen, mit Nein beantwortet. Da muss er den Namen deutlich ausgesprochen haben, sagt Uhrmacher seelenruhig. Wollen Sie ein Bonbon? Er hält den Kriminalbeamten ein raschelndes Bäckchen hin. Leck mich, Pussy. So leicht steckt er das weg, muss Kottern begreifen, der mit Optimismus angeeilt ist. Uhrmacher muss gestern noch aufgefallen sein, dass er in Bezug auf Stäuber einen Fehler gemacht hat. Stäuber wird heute zurückerwartet, redet Kottern weiter, dem es plötzlich an Fragen mangelt. Ganz recht. Kottern ist völlig durcheinander, will sich mit Zynismus über seine Schwäche schwindeln. Sie haben schon die ersten Fürsprecher gefunden, die uns ihretwegen in die Ermittlungen pfuschen wollen. Das ist lieb, sagt Uhrmacher. Der Fritz muss das gewesen sein. Der ist mit mir in der Schule in einer Bank gesessen. Der macht sich halt Sorgen. Eselsbank denkt Kottern. Warum hat sie der Haume erpresst? Niemand hat mich erpresst. Reden sie kein Blech? Wie ist es mit den Häusern, die ihnen mit dem Stäuber gehören? Wie ist es zu den gemeinsamen Käufen gekommen? Der Alfons ist erst seit Kurzem an Realitäten interessiert. Er hat sich an mich gewendet, weil ich da schon lange aktiv bin. Einen Riecher muss man bei dem Geschäft schon haben. Wozu? Man kann nicht irgendein Haus oder irgendein Grundstück kaufen. Man muss schon spüren und ahnen, wo zum Beispiel eine Grundstücks Umwidmung durch die Gemeinde kurzfristig möglich ist. Und wenn den Riecher gar nicht sie haben unterbricht den Kottern? Ich verstehe nicht. Wenn es nur der Riecher dieses Fritz ist, sie fantasieren, der weiß natürlich früher Bescheid. Nehmen sie das zurück? Uhrmacher ist aufgestanden und laut geworden. Kottern macht sich nichts vor. So ein Zusammenspiel würde sich kaum beweisen lassen. Ich nehme es zurück, sagt Kottern. In einer Imbissstube, die sich zum gierigen Geier nennt, trinkt Kottern ein kleines offenes Bier. Das Imbisslogal ist kleiner als das Pacino, eigentlich eine Likörstube. Wenn mehr im Logal sind, kann man sich nicht mehr bewegen. Jetzt ist außer einem dösenden Alten mit Stirnfransen und Vollbart, der im Schlaf sein Weinglas streichelt, niemand da. Kottern bleibt bei der kurzen Theke stehen. Der Pächter, der selber ausschenkt, fordert Kottern zu einer Partie mit den Pokerwürfeln auf. Wenn der Wirt verliert, ist Kotterns Bier kostenlos. Gewinnt der Wirt, muss Kottern ein zweites Bier trinken und beide bezahlen. Kottern willigt ein. Er gewinnt mit einem Damantrilling, während beim Wirt die erwartete Straße ausbleibt, obwohl er doppelte Chancen hatte. Der Major nimmt dann doch ein zweites Bier, das ihm fast zu kalt ist. Er trinkt das Glas nicht leer. Die Frau des Pächters schreibt auf die grüne Tafel einer Bierbrauerei vor dem Lokal mit Kreide das Menüangebot von heute. Fridatensuppe, Faschiertes, Erdäpfelsalat und Pudding, alles zusammen um 45 Schilling. Es riecht wie bei einer richtigen Schultafel, findet Kottern. Er geht einmal um den Häuserblock, bevor er ins Auto steigt. Der Ärger über das Gespräch mit Jakob Urmacher ist wenigstens halbwegs weggeschwemmt. Hermes berichtet, dass Schrammel und Schremser vor einer halben Stunde zum Handelskäh aufgebrochen sind. Kottern überlegt, ob er den beiden hinterherfahren soll. Er entschließt sich zum Gegenmittel für das vorher getrunkene Bier, ein Kaffee im Papierbecher aus dem Automat. Kottern verhilft auch einer Reinigungsfrau, die nicht weiß, mit welchem Fußtritt sich der Automat beeindrucken lässt, zu einer Flasche Fanta. Der Präsident, der schnuppern vorbeikommt, kann über so viel Brutalität nur den Kopf schütteln. Schremser und Schrammel lassen nicht lange auf sich warten. Sie haben den mutmaßlichen Schießstand besichtigt, ein altes, unbenütztes Stellwerkhäuschen auf dem Bahngelände neben dem Handelskäh. Von da aus ist es ziemlich sicher auf Haumer geschossen worden. Das Häuschen war seit der Nichtverwendung ständig versperrt und ist am Montag von den suchenden Polizisten nicht beachtet worden, weil es versperrt war. Ein Gleisarbeiter hat in der Früh eine zerbrochene Scheibe entdeckt. Einem zweiten ist aufgefallen, dass die Scheibe von innen eingeschlagen wurde. Die Scherben lagen im durch den Sand sprießenden Unkraut. Ein Vorgesetzter der beiden Fastpolizisten hat daraufhin die Tür geöffnet und die Polizei verständigt. Der Erkennungsdienst bekommt es mit einer Patronenhülse, einem Campingsessel und einer geöffneten Sardinenbüchse zu tun. Der Inhalt der Dose ist zum Teil verzerrt worden, zum anderen Teil verfault. Das ist die richtige Hülse, ist Schremser schon vor dem Ergebnis der Untersuchung überzeugt. Ist die Tür aufgebrochen worden, will Kottern wissen? Es war kein widerspenstiges Schloss. Schremser behält recht. Die Patronenhülse passt zur Kugel, die im Kopf des Erschossenen gefunden worden ist. Das zweite Ergebnis kommt unerwartet. Auf der Fischstoße sind Fingerabdrücke von Erwin Haumer. Schremser schleudert die rechte Krücke auf den Boden. Schrammel aportiert sie. Der geht mir auf die Nerven, brüllt der Dezernatsleiter fassungslos. Sollte Haumer jetzt auf sich selber geschossen haben? Wieso, sagt Schrammel. Das beweist nur, dass Haumer dort war. Kann ja auch früher gewesen sein. Er hat eben den besten Standard zum Schießen ausgesucht. Für Lund Schremser nimmt die Krücke mit einer geschwinden Bewegung an sich. Schrammel hat drei komplette Sätze von sich gegeben. Fast ein Monolog. Kottern würdigt diese Ausnahme mit einem anerkennenden Pfiff. Schrammel ist noch gar nicht am Ende. Außerdem kann die Dose auch ein anderer hingestellt haben. Zumindest diese Möglichkeit wird nach fünf Minuten von der Erkennungsdienstlerin Sonja Kripavitsch ausgeschlossen. Auf dem Fensterrahmen im Stellwerkhäuschen hat Haumer ebenfalls Abbrücke zurückgelassen. Ich glaube ganz was anderes, sagt Kottern. Schrammel findet seine Kette der Vernunft abrupt unterbrochen. Der Haumer hat selber geschossen. Schramsers Kommentar Blem Blem wie die Chinesen sagen. Kottern wählt die Telefonnummer von Dr. Surada im Haus. Der Arzt ist nur schwer zu verstehen. Die Verbindungen im Haus sind ungebrochen schlecht. Ist unsere Leiche noch da? Bis um zwei. Dann wird sie abgeholt. Schwein gehabt, sagt Kottern zu Schrammel und Schrammel, die ihn in trauter Verständnislosigkeit betrachten. Dem Polizeipräsidenten, der ähnliche Ergebnisse und Pressekonferenzen sehen will, ist die Niederlage seines Bruders nicht genug. Er kommt mit gezischten Forderungen mit in den Keller. Schrammel kann ihn nicht von der Ertringlichkeit des Ausflugs in den Keller überzeugen, zumal er selbst noch nicht weiß, was dort so dringlich sein soll. Die geknickte Haarspraydose im Papierkorb des Präsidenten geht Schremser ans Schweineherz. Kottern und Schrammel stehen bereits bei Dr. Surada. Der Arzt hält ein grau-rotes Fleischklümpchen mit einem zangenähnlichen Instrument. Was ist das? ärgert sich Bilch, der das Klümpchen nur unappetitlich findet. Die rechte Tonsille des Erschossenen, sagt der Arzt. Fast unversehrt. Was? Eine Rachen- oder Gaumenmandel, erklärt Dr. Surada. Auch nur Mandel genannt. Normale Größe, nicht vereitert, wie Sie selbst feststellen können. Bilch schluckt und schaut Kottern an. Erwin Haumer hat sich vor zehn Jahren seine Mandeln herausschneiden lassen. Und der Tote kann also auf keinen Fall Haumer sein. Leuchtet das ein? Es leuchtet, nickt Bilch, grutze Türken. Wer ist es dann? Ein anderer, sagt Kottern kühl. Er macht Schwung vollkehrt und geht zur Tür. Genügt ihnen die eine, ruft dem Dr. Surada nach und wedelt mit seiner Zange. Kottern kaut an seinem linken Daumennagel. Die Spekulationen reißen nicht ab. Haumer hat daran führt kein Gedanke vorbei, anscheinend den Eindruck erwecken wollen, selbst erschossen worden zu sein. Zumindest bei ein paar Leuten. Er hat fast alles bedacht. Nur die Fingerabdrücke und die Patronenhülse im Stellwerk Häuschen kommen Kottern unverzeihlich leichtfertig vor. Vielleicht hat sich Haumer aus irgendeinem Grund zu besonderer Eile entscheiden müssen. Kottern ist jetzt absolut sicher. Haumer war der Schütze. Wie hat er aber sein Opfer in das gestohlene Auto gebracht? Bewusstlos ist sein erster Gedanke, mit dem er keinesfalls richtig leben kann. Das Opfer ist dennoch gefahren. Über eine Fernsteuerung wird das Auto nicht verfügt haben. Schremse hat eine Stelle im gestern fertig gewordenen umfangreichen Bericht über den Unfallwagen gefunden, die sie bisher übersehen haben, wie Kleingedrucktes. Unter dem Armaturenbrett wurde ein Kanister entdeckt, der beim Aufprall zerplatzt ist. Der könnte von Haumer an diesem für Reservebenzin nicht gerade idealen Platz montiert worden sein, um den Brand nach dem Zusammenstoß sicherzustellen. Wenn das Foto Haumers in der Gassonier von Lund verloren wurde, was als sicher gelten kann, musste das bedeuten, Lund wurde von jemanden anderem beauftragt, Haumer zu ermorden. Haumer könnte gemerkt haben, was ihm blüht und hat sich selbst sterben lassen, indem einen anderen erschossen hat. Wen, versucht mit geschlossenen Augen zu überlegen. Alphons Stoiber fällt ihm ein, der muss nicht in Griechenland gewesen sein. Cotton sucht die Nummer Stoibers aus seinem Kalender und ruft an. Eine Frau meldet sich. Sie sagt, ja, Stoiber. Ist der Stoiber aus Griechenland zurück? Eben angekommen. Kann ich mich darauf verlassen? Ich war schließlich mit. Wer spricht denn? Sind sie seine Frau? Ja, vielen Dank. Schremser ist heute aus einer kleinen Pressglasschüssel nur ein Kompott. Südsefrüchte in kantigen Stücken aus der Dose. Ich nehme ab, behauptet er. Geheim, fragt Cotton. Schrammelt auf Kosten. Gut, meint er und nimmt einen zweiten Bissen. Wie heißen die? Guano, sagt Schremser. Schrammelt liegt und kümmert sich im Nebenzimmer um die Überprüfung der Vermissten Anzeigen dieser Woche. Schremser wäscht die Schüssel aus, trocknet sie ab und steckt sie in seine Aktentasche. Kommst du mit, sagt Cotton? Wohin? Gern. Einem Zahnarzt auf den Zahn fühlen. Als Cotton die Türschnalle schon in der Hand hält, fällt ihm ein zusätzlicher Auftrag für Schrammelt ein. Ruf den Bellinger an, schreit er ins Nebenzimmer. Erzähl ihm ohne Ausschmückungen, dass der Haumer nicht tot ist. Der Bellinger wird die Nachricht schnellstens dem Uhrmacher und dem Stäuber stecken, nimmt Schremser an. Vielleicht bringen wir den Club so zum Rotieren. Die Tür zum Wartezimmer bei Dr. Beierl ist verschlossen. Schremser trifft, ohne mehrere Versuche zu benötigen, mit der rechten Krücke den Klingelknopf. Die beiden Beamten vernehmen schlurfende Schritte durch das Wartezimmer, bevor die Tür geöffnet wird, nur einen Spalt. Der Kopf von Dr. Beierl kommt zum Vorschein. Die Ordination ist um, stellt Dr. Beierl fest, zieht den Kopf zurück und will die Tür zuwerfen. Schremser fährt im letzten Moment mit einer Krücke dazwischen. Lassen Sie das, wird der Arzt ärgerlich. Er krölt schon. Die Ordination ist um. Ich bin von der Polizei, sagt Cotton. Können Sie sich an mich nicht mehr erinnern? Doch, dämmer das Dr. Beierl. Sie kommen wegen der verpfuschten Plombe. Sehr vernünftig, aber die kann ich Ihnen heute nicht mehr machen. Das haben Cotton und Schremser auch begriffen. Dr. Beierl ist schwer betrunken. Er riecht nach Brandy. Ein leichter Rausch, flüstert Schremser Cotton zu. Delirium Clemens, wie der Lateiner sagt. Dr. Beierl entpuppt sich als weinerlicher Alkoholiker. Wahrscheinlich hat er deswegen nur so kurze Ordinationszeiten. Cotton und Schremser drängen ins Wartezimmer. Sie haben mir das letzte Mal etwas Falsches erzählt, sagt ihm Cotton ins müde Gesicht. Ich habe Ihnen die Behandlungskarte übergeben. Was stimmt da nicht? Ist es möglich, dass Sie die Männer verwechselt haben? Könnten die Eintragungen auf ihrer Karte zu dem Gebiss des Mannes passen, der zugleich mit Haumer da war? Ist möglich, gibt Dr. Beierl zu. Er wankt zur Bank und versucht sich zu erinnern. Einer war auf Behandlungsschein da, der andere war Selbstzahler. Dabei war der, den Sie mir gezeigt haben, auf jeden Fall. Das weiß ich genau. Cotton zweifelt nicht daran. Er nimmt auch mit Gewissheit an, dass sich Haumer Dr. Beierl nicht zufällig ausgesucht hat. Wie es ihm allerdings gelungen ist, den später Erschossenen dazu zu bringen, mit ihm diese Ordination aufzusuchen, ist ihm schleierhaft. Können Sie den anderen Mann beschreiben? Dr. Beierl schüttelt den Kopf. Das hat er schon beim ersten Besuch nicht gekonnt. Mit der Begründung, sein Wartezimmer sei meistens voll. Cotton ist vom Gegenteil überzeugt. Jetzt will der Zahnarzt die Beamten, die sich der Tür zuwenden, nicht mehr weglassen und wird mitteilungsbedürftig. Er habe 40 Jahre lang gesoffen, grölt er und trotzdem in Russland Feldzug Zähne gezogen, sogar in Stalingrad. Die Leber sei allerdings hin. Dr. Beierl bedauert das nur kurz. Es macht ihm nichts aus. Seit einem Jahr trinkt er eben auf der Milz und der Bauchspeicheldrüse weiter. Er wird stiller, weil er die Polizisten nicht aufhalten kann. Dass er für den Krieg zu jung war, fällt keinem der Beamten auf. Kommen Sie in der Früh, empfiehlt der Zahnarzt den Flüchtenden. Gottern kann sich vorstellen, dass Dr. Beierl mit den ersten Gläsern an den Vormittagen die zitternden Hände bekämpft. Auf einem Kanalgitter im Rinnensaal neben dem Trottoir vor dem Haus liegt eine gestauchte Bierdose von einer holländischen Brauerei. Schade, denkt Gottern, die hätte in seiner Sammlung noch einen Platz. Die Dose stammt vielleicht aus dem Lebensmittelgeschäft auf der anderen Straßenseite, das jetzt geschlossen ist. Gottern wird sich auf jeden Fall die Adresse einprägen. Kapitel 15 Hübsch dachte ich, wirklich nett. Ein wunderschöner Flecken zum Sterben. Miggis Belén Die Fahndung nach Lund schläft trotz der großen Presse. Die Hinweise sind durchweg Nieten. Die letzte Eine 43-jährige Heimarbeiterin hat ihren Mann, der seinen zweiwöchigen Urlaub ausschließlich auf dem Diwan verbringt, durch einen anonymen Anruf angeschwärzt, um ihn für ein paar Stunden aus dem Haus zu haben. Schremser geht mit Kottern gemeinsam den Akt Haumers von Anfang an durch. Anhaltspunkte würden sie dringend benötigen, etwa über den möglichen Aufenthaltsort von Haumer. Schremser hat es telefonisch bei Weilhardner versucht, der aber auch passen musste. Er will sich umhören. Das Einzige, was ihnen weiterhelfen könnte, ist eine Notiz, die besagt, dass Haumer vor 19 Jahren für vier Monate verheiratet war. Es ist auch das Standesamt genannt, in dem die Hochzeit stattgefunden hat. Durch das Standesamt erfährt Kottern und Schremser auch, dass Frau Regine Haumer, geborene Plemmenschütz, nach der Scheidung, wieder ihren Mädchennamen angenommen und vor fünf Jahren noch einmal gehärtet hat. Sie heißt jetzt Gläuber. Die bei der zweiten Heirat angegebene Adresse ist vielleicht immer noch gültig. Kottern will sich allein auf den Weg machen. Der Präsident ertappt ihm in Hof beim Einsteigen und lässt ihn nicht ohne Schrammel weg. Die Adresse im zweiten Bezirk stimmt. Regina Gläuber ist aber nicht zu Hause. Eine korpulente etwa 70-jährige Nachbarin, die auf einem runden Sessel beim Blumenfenster im Stiegenhaus sitzt und in den leeren Lichtschacht starrt, weist den Namen der Fabrik, in der Frau Gläuber beschäftigt ist. Sie beschimpft daraufhin ohne Überleitung ihren Mann, der unterwegs oder längst verstorben ist. Cotton fordert über Funk die genaue Adresse der Fabrik an, während Schrammel den Wagen in Richtung Fünf Haus lenkt. Den Bezirk hat die Nachbarin gewusst. Regina Gläuber muss auf ihrem Weg zum und vom Arbeitsplatz jedes Mal durch die halbe Stadt. Es handelt sich um eine kleinere Fabrik, die auf die Produktion vom Plastikgeschirr spezialisiert ist. Regina Gläuber arbeitet in der Verpackung. Der Leiter der Abteilung Fertigstellung und Versand, ein 50-Jähriger mit tiefem Scheitel, holt Frau Gläuber in einen Vorraum, schenkt Cotton einen langen Blick und lässt ihn mit der Arbeiterin allein. Ein ungesteuertes Gespräch wird nicht möglich sein. Die geweisten, nur grob verbutzten Wände des Vorraums werden durch vier Türen alle aus Blech unterbrochen. Hinter der großen Schiebedür ist regelmäßiges Poltern und Zischen zu hören. Regina Gläuber hat ein kaum sichtbares Netz auf dem Kopf und einen braun glänzenden viel zu langen Arbeitsmantel an. Cotton's Frisur hat einen Windstoß vor dem Fabriktor durcheinander gewirbelt. Frau Gläuber hat sich einem Kriminalbeamten anders vorgestellt. Vielleicht wie Schrammel, der im Wagen warten muss. Wird es lang dauern, fragt sie. Werden sie nach der Anzahl der verpackten Teller bezahlt? Nein, ich bin nur mit meinem Pensum für heute hinten und muss noch die Baguette für den Bahnversand fertig machen. Sie ahnt nicht, was Cotton von ihr wollen kann. Sie waren früher mit Erwin Haumer verheiratet. Kann man es so nennen? Er hat mich geheiratet, weil ich ein Kind von ihm erwartet habe. Nach der Fehlgeburt war er bald auf und davon. Und gerade dann endgültig, als ich wieder schwanger war. Das hat er allerdings nicht gewusst. Haben Sie das Kind ausgetragen? Ja, eine Tochter. Petra heißt sie. Hat er das erfahren? Sicher. Er wollte auch zurückkommen. Ich habe es verhindert. Warum? Ich war froh, ihn los zu sein. Warum? Er war der erste Mann, den ich kennengelernt hatte. Bei einem Hausball. ein kleinlicher, egoistischer Mensch, wie sich leider herausgestellt hat. Ich habe kein vernünftiges Wort mit ihm reden können. Hat er sich um die Petra gekümmert? Cottern betrachtet seine Schuhspitzen. Die Schuhe haben die gleiche Farbe wie der Steinboden. Darnschuhe, denkt Cottern. Bezahlt hat er nichts. Das war mir nur recht, weil ich mich sonst auch wieder mit ihm abgeben hätte müssen. Er hat ihr Geschenke gemacht, hin und wieder. Dann ist er immer seltener bei uns aufgetaucht. Die letzten drei Jahre überhaupt nicht mehr. Oh ja, nur einmal vor ein paar Monaten. Er ist hierher gekommen, wie sie. Genau hier sind wir gestanden. Er hat herumgeschrien und mir Vorwürfe gemacht. Welche? Die Petra ist kurz vor ihrem 17. Geburtstag ausgezogen. Er hat sich nichts davon verständigt habe. Ich hätte ihn gar nicht verständigen können. Wo hätte ich ihn erreicht? Was ist mit ihrer Tochter? Ich weiß es nicht. Sie macht eine Pause, scheint einem plötzlichen Zweifel niederzuringen. Ich habe sie zum Schluss überhaupt nicht begriffen. Sie ist von einem Tag auf den anderen zu einem Freund gezogen. Ich wollte es ihr verbieten, weil ich immer alles verboten habe. Sie hat es sich nicht verbieten lassen. Ist sie nicht mehr zu ihnen gekommen? Zunächst schon, ist aber nur stumm bei uns in der Küche gesessen. Dann ist sie ganz weggeblieben. Haben sie ihr Vorhaltungen gemacht? Zu wenige? Hat ihr Mann versucht, mit der Petra draufhin näher in Kontakt zu kommen? Kann ich nicht sagen. Er war ja nur das eine Mal hier. Er hat mich verantwortlich dafür gemacht, was aus der Petra geworden ist. Was ist aus ihr geworden? Regina Gläuber zuckt die Achseln und zieht ihr Haarnetz in die Stirn. Wo kann ein Mädchen, das nichts fertig gelernt hat, schon hingehen? Hat der Erwin gesagt. Zum Film? Sie sind wieder verheiratet seit ein paar Jahren. Können die Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Tochter mit Ihrem jetzigen Mann zu tun haben? Bestimmt nicht. Sie macht ein pörtes Gesicht. Der Ede ist ordentlich. Reifenmonteur. Wir haben noch ein Kind bekommen. Was hat der Haumer beruflich gemacht, als er mit Ihnen verheiratet war? Bei einer Spedition war er. Angeblich. Im Nachhinein bin ich mir nicht mehr so sicher. Kottern verabschiedet sich, drückt Frau Gläuber wie bei einer Kondolenz die Hand. Auf dem Weg zum Auto schnuppert der Major an seiner Hand. Sie riecht nach Tabak. Ist er durch den Bericht der Regina Gläubers Erwin Haumer einen Schritt näher gekommen? Schrammel gibt dem Computer den von Kottern erfragten Namen. Vergeblich. Petra Plemmenschütz ist derzeit ohne ordentlichen Wohnsitz in Wien. Der Computer nennt eine Anhaltung vom Jänner dieses Jahres und eine Aktennummer der Sitte. Kottern lässt den Akt ausheben. Ein Äckchen. Petra Plemmenschütz ist wie Ilona Rösler wegen Geheimprostitution festgenommen worden. Sie war im Inquisitenspital zur Kur, nachdem eine Geschlechtskrankheit bei ihr festgestellt wurde. Die Eltern bzw. die Mutter wurden mittels Brief verständigt. Der Brief ist hinterlegt und nicht abgeholt worden. Ein weiterer Versuch in dieser Richtung wurde nicht unternommen, weil Regina Plemmenschütz mittlerweile großjährig war, sich registrieren lassen wollte und eine Übersiedlung nach München ankündigte. Anscheinend ist sie wirklich nach München gegangen. Eine Registrierung in Wien ist unterblieben. Die Fotografie zeigt ein junges Mädchen, dass die unter Lippe nach außen stülpt. Durchschnittliches Aussehen. Einen verlässlichen Eindruck lassen Polizeibilder nie zu. Schremser telefoniert mit München. Er will eine mündliche Aufenthaltsbestätigung vom dortigen Einwohnermeldeamt einholen. Kottern steht auf und geht zur Tür. Musst du weg? fragt Schremser. Nur ins Kino, sagt Kottern. Elfriede Kahlbeck zieht die Tür am runden Drehknopf nach innen, nachdem sie einen Blick durch das rechteckige Guckloch mit Klappe geworfen hat. Sie steckt, abweichend von der Regel, in einem dünnen blauen Kleid ohne Blumen, das ungarischer Herkunft sein dürfte. Dazu trägt sie lange Stiefeln. Mit Kottern hat sie nicht gerechnet. Sie schon wieder? Sind sie besetzt? Nein, kommen sie. Ein Mann mit heller Stimme, der sich strenge Behandlung ausbedungen hatte, wollte zwar vorbeischauen, ist aber überfällig. Viele der Anrufer, die ihr Kommen ankündigen, treffen nie ein, wollen meistens nur detaillierte Gespräche über ihre Wünsche führen. Frau Kahlbeck berührt Kottern am Rücken, als er vor ihr das Wohnzimmer betritt. Die Tür zum Balkon ist offen. Der Zug erfasst Kottern und die Wohnzimmertür. Kottern greift nach seiner toten Wange. Die Tür schlägt zu. Frau ein, ihr Bier ist noch da, das nehme ich. Sie holt die Dose aus dem Eiskasten und bringt sich selber ein Glas Mineralwasser mit. Der Vorführraum ist bei mir das Schlafzimmer, sagt sie. Muss ich wegen ihnen umbauen? Kottern reißt die Dose auf und folgt ihr ins Schlafzimmer. Sie schaltet den Rekorder an und schiebt eine Kassette ein. Kottern setzt sich auf die Bettkante. Was sind das für Filme? Wissen sie das nicht? Ich meine, wo kommen sie her? Bei einer Postfachfirma in Salzburg habe ich sie bestellt. Anonym? Inzwischen würde ich mich in jeden Laden trauen. Ich nicht. Bequemer können sie schon haben, sagt sie und macht eine auffordernde Armbewegung. Kottern kommt der Aufforderung nach, schnürt die Schuhe auf, stellt sie nebeneinander, setzt sich am Kopfhände auf die Bettdecke, Türkensitz. Er kann sich gegen die mit schwarzen Jeans samt tapizierte Wand lehnen. Was wollen sie sehen? Will die Frau wissen und leiert die idiotischen Titel herunter. Die Filme, die sie dem Haumer gezeigt haben. Ich kann mich nicht erinnern, sie werden das komplette Programm aushalten müssen, sind aber insgesamt nur vier Filme. Sie drückt die Play-Taste, der erste Streifen trägt den Titel BS und heiße Höschen. Elfriede Kalbeck entschuldigt sich im Voraus für die schlechte Qualität aller Filme. Soll ich mich zu ihnen setzen? Bleiben sie, wo sie sind. Sie antwortet mit dem jetzt vertrauten Lachen und setzt sich am Fußende des Bettes hin. Sie kennt alle Filme auswendig. Die Gesichter, die Gästen, die gespielten Orgasmen. Die einzige Überraschung für sie besteht darin, welche der vier Kassetten im Rekorder ist. Die mit Farbbildern versehenen Videoschachteln hat sie einem interessierten Besucher mitgegeben. Die Handlung der ersten Filme ist simpel. Zwei Motorradfahrer nehmen zwei Stopprennen mit, die schon halbnackt am Straßenrand stehen. Die Männer biegen mit ihren schweren Maschinen beim nächsten Seitenweg in den Wald. Die Mädchen haben nichts anderes erwartet und werden neben und auf den Motorrennen beschlafen. Einer der Motorradfahrer fühlt sich bemüßigt, mit einer Autokurbel nachzuhelfen. Woher die plötzlich nimmt, wird nicht erklärt. Der Film dauert keine 20 Minuten. Brauchen sie mich jetzt, will Frau Kalbeck wissen, als sie die Kassette wechselt. Nein, sagt Gott dann. Gefällt ihnen sowas nicht? Nein. Er muss zugeben, dass der Film vielleicht stimulierende Wirkung haben kann. Andererseits findet er das verlogene, automatische Agieren der Mitwirkenden widerlich. Die Geschichten werden nicht besser. Im zweiten Film findet eine Hochzeit statt. Der Bräutigam wird infolge überhöhten Alkoholgenusses bewusstlos. Die beiden Trauzeugen ersetzen ihn tatkräftig. Im dritten Film werden zwei junge Negerinnen mannsdoll, nachdem sie drei Züge aus einer Haschischpfeife inhaliert haben. Cotton stöhnt, lässt die Vorführung des dritten Films nach fünf Minuten abbrechen. Lange das Ihnen? Legen Sie die letzte Kassette ein. Cotton's vage Hoffnungen sind gedämpft. Am Anfang habe ich einen kleinen Stumm Filmprojektor gehabt. Ein paar Kunden haben von mir dann die fehlenden Töne hören wollen. So? Ich bin keine Synchronsprecherin. Im letzten Film sind zwei weibliche Pfadfinder in extra kurzen Hosen mit einer Sammelbüchse unterwegs. Ein Tankwart, der geerbt haben muss, spendiert 1000 Mark. Dafür teilen die Mädchen mit ihm das Matratzenlager zwischen Öldonnern, Autoreifen und Kanistern. Können Sie das Bild anhalten, fragt Kottern. Frau Kalbeck drückt Pause. Das ausfransende Bild bleibt stehen. Die beiden Mädchengesichter sind unverwechselbar, obwohl sie Kottern nur von Bildern kennt. Petra Blemmenschütz und Ilona Rössler. Sie können abschalten, sagt Kottern. Danke. Er trinkt die Dose aus und stellt sie auf den Platz, auf dem er seine Schuhe abgestellt hatte. Die Kassette würde ich gern mitnehmen. Für das Heimkino? Die können Sie woanders billiger kriegen. Haben Sie überhaupt einen Rekorder? Im Büro? Verstehe. Sie wollen den Film nicht bezahlen. Sie kriegen eine Bestätigung. Schrammel hat die Telefonnummer von Petra Blemmenschütz und der sie in München erreichbar ist herausgefunden und ein leeres DIN A4 Blatt geschrieben und auf Kottern Schreibtisch gelegt. Ich habe noch nicht angerufen, sagte er. Kottern legt die Kassette, die ihm Frau Kahlbeck in braunes Backpapier gewickelt hat, auf die höchste Spitze seines Akten und Zettelberges. Er schaut Schremser auffordernd an. Du darfst ausbacken. Habe ich Geburtstag verschwitzt? Nach zwei schnellen Handgriffen hat Schremser die Kassette in der Hand. Warst du wirklich im Kino? Ein österreicher Film, berichtet Kottern. Du kannst ihn dir mit dem Schrammel anschauen. Schremser verlässt mit der Kassette einer halb verrauchten Reno und einem erstaunten Schrammel das Büro. Kottern wählt die Freileitung, die Vorwahl von Deutschland und München, dann die von Schrammel notierte Nummer. Nach dem ersten Klingeln wird abgehoben. Ja, bitte? Kann ich Fräulein Plemenschütz sprechen? Am Apparat. Das Freuden ist schmeichelhaft, aber ein Schmarrn. Willst zu mir kommen? Ich rufe aus Wien an. Das ist weit, gibt sie zu. Sie sind doch auch aus Wien. Hört man das nicht? Ich bin Polizist in Wien. Eine Pause entsteht, die fast eine halbe Minute andauert. Kottern kreist die notierte Telefonnummer mit grünem Filzstift ein. Daneben zeichnet er ein links gerichtetes Profil mit Knollennase. Sind sie noch dran? Sagt er. Schon. Sie haben angerufen. Ich wollte mit Ihnen wegen Ihres Vaters sprechen. Uninteressantes Thema. Wieso? Den habe ich in den letzten zehn Jahren vielleicht viermal gesehen. Wann zum letzten Mal? Ende November oder Anfang Dezember. Da war ich noch in Wien. Er ist in der Früh gekommen, hat gedobt, weil er mich in einem Film entdeckt hat. Den Film habe ich auch gesehen. Gefallen? Sie hustet. War das ihr einziger Film? Nein, die Bezahlung war nicht ganz schlecht. Für die Fixer in 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 Naturalien. Was? In Gramm? Sie sind doch von daheim zu einem Freund gezogen. Habe ich nur geglaubt. Der sympathische Herr war nur Geschäftsmann. Zuerst hat er mich auf Heroin gebracht, dann die Arbeiten vermittelt. In den Filmen und was noch? Anschaffen nennt man das in München. In Wien auch. Warum sind sie nicht weg? Ich konnte nicht weg. Zu dem Zeitpunkt hatte ich fast alles gemacht, um meine Ration nicht zu gefährden. Ich bin sogar bei dem Vogel geblieben, bis kein Platz mehr für mich war. Wie heißt er? Regina Blemenschütz schweigt. Cotton hat dem Profil Stilaugen gezeichnet und dann das ganze Kunstwerk durchgestrichen. Wollen sie ihn noch schützen? Haben sie Angst? Nein, er heißt Harald Rügel. Wer hat die Filme produziert? Da bin ich überfragt. Mich hat der Rügel hingebracht. Wohin? Ins Studio? Wer braucht ein Studio? Die haben in Privatwohnungen gedreht. Ein perfektes Unternehmen. Die haben an uns dreifach verdient. Beim Heroin, beim Strich, bei den Filmen. Der Rügel hat das mit mehreren gemacht. Er und andere. Die große Nummer war er nicht. Für wen hat der Rügel gearbeitet? Ich sag nichts. Wieso nicht? Ich weiß nichts. Verbessert sie sich. Kennen sie das Diabolo? Da habe ich den Rügel getroffen. Was ist mit der Ilona Rössler? Die ist hin. Waren wie ist das morgendliche Zusammentreffen mit ihrem Vater ausgegangen? Ich habe ihm gesagt, dass er sich schleichen kann. Er hat angeboten, dass ich mitkomme. Der hat keine Ahnung gehabt, was er da verlangt. Ich glaube, der hat meinen Namen im Jänner selbst bei der Polizei verlautbart. Er hat eben keine andere Möglichkeit gesehen. Die Behandlung im Spital war der Anfang vom Entzug. Derzeit bin ich sauber, trocken, alles, was sie wollen. Eine kleine Blasenentzündung ist meine momentane einzige Schwäche. Wissen sie, dass ihr Vater wahrscheinlich ihr wegen Amok läuft? Was macht er? Er hat jemand umgebracht. Blödsinn, wen? Das wissen wir noch nicht. Wissen sie, wo er sich aufhält? Nein, glauben sie, ich habe ihn versteckt? Sie schreit von der Muschel weg in das Zimmer, in dem sie telefoniert. Hallo Papa, komm her, die Polizei will sich mit ihr unterhalten. Warum so spätisch? Der beste Schutz und der Einzige. Das weiß Kottern selbst. Er hat eine Zierleiste, eine Wellenlinie mit Punkten angefertigt. Haben sie ihrem Vater den Namen Rögl genannt? Kann sein, ja oder nein, ja. Kann er Kontakt zu Ilona Rössler aufgenommen haben? Hat er bestimmt. Sie hat mir erzählt von einem Typ, der ein Gespräch mit ihr auf Tonband aufgenommen hat. Das war mein Vater. Bestimmt. Fragen sie weiter, warum hören sie jetzt nicht auf? Sie reden wie mein Vater, mit was soll ich anfangen? Ich will nicht aufhören. Jetzt bleibt mir wenigstens was übrig. 100%? Das wird nirgends gespielt. Kottern verabschiedet sich, wählt gleich noch einmal eine Nummer im Haus. Er lässt die Adresse von Harald Rögl feststellen, falls der eine Adresse in Wien aufzuweisen hat. Die Telefonnummer Regina Blemmenschütz, die täglich in den Münchner Zeitungen zu finden ist, überträgt Kottern in seinen Kalender. Das Blatt wirft er weg. Schremser kommt allein wieder. Schöner Film, fragt Kottern. Entzückend, sagt Schremser im Tonfall eines pensionierten New Yorker Kollegen. Unser Trio setzt anscheinend auf Arbeitsteilung. Uhrmacher ist für die Beschaffung und Vertrieb der Rauschgifte zuständig. Bellinger organisiert die Verwertung der Mädchen im Geschäftszweig Prostitution. Stoiber ist der Mann für die Filmproduktion und den Vertrieb der Videos. Der Stoiber bleibt Schremser skeptisch, nur weil er ein paar Fotogeschäfte hat? Weißt du eine andere Funktion, die für ihn bleibt? Der Uhrmacher hat das Geld verwaltet, mit Grundstücken und Althäusern spekuliert. Kein nennenswertes Risiko, wenn man den richtigen Freund hat. Der Haumer hat die drei erpresst oder auch nur in aufdringlicher Weise bedroht. Sie haben geglaubt, unbedingt reagieren zu müssen. Lund? Jemand aus ihrer Organisation wollten sie nicht für die Beseitigung Haumers heranziehen. Ist ihnen zu gefährlich gewesen, wo sie doch schon bei den täglichen Geschäften überaus vorsichtig sind. Die haben Lund kommen lassen. Vielleicht haben sie nicht einmal ihre besseren Mitarbeiter etwas vom Haumer wissen lassen. Wie findest du das? Wie im Roman, sagt Schremser. Das Telefon läutet. Harald Rögl wohnt in der Stromstraße. Kottern kennt den Wohnblock. Fast neue Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen. Trotzdem ist der beträchtliche Klassenunterschied zu den Behausungen Uhrmachers und Bellingers deutlich. Schremser besorgt den Hausdurchsuchungsbefehl. Kottern bestellt einen Schlosser. Beide Beamten glauben nicht, dass Rögl seit Montag 14 Uhr in seiner Wohnung gewesen ist. Sie sind sich einig und sicher. Haumer hat Rögl ermordet. In der Wohnung stoßen die Polizisten zunächst auf eine verstörte 16- oder 17-Jährige, die nicht vernehmungsfähig ist, vermutlich Rögls Ersatz für Regina Plemmenschütz. Das Mädchen hat die Wohnung offenbar wegen der tagelangen Abwesenheit Rögls nach Ampullen durchsucht. Schremser verständigt die Rettung. Sie finden einen Blutspende Ausweis Harald Rögls Blutgruppe P1 positiv. Ansonsten können Sie nichts entdecken, was sicherstellen könnte, dass der am Montag Erschossene mit Rögl identisch ist. Nicht einmal ein Foto Rögls lässt sich auftreiben, mit dem man noch einmal den Zahnarzt strapazieren könnte. Vorbestraft war Rögl nicht. Alfons Stoiber ist tatsächlich seit ein paar Stunden aus Griechenland zurück. Die Urlaubstage waren regenfrei. Er hat auch seine bisher mangelhafte Technik im Windsurfen verbessern können. Jakob Urmacher will er erst am Abend treffen. Mit Gunder seiner vierjährigen Kollihündin, die er 14 Tage zurücklassen musste und vermisst hatte, ist er vor einer Stunde im Senator die Höhenstraße hinaufgefahren. Den Wagen hat er auf dem fast leeren Backplatz bei der Jägerwiese abgestellt und ist mit dem Hund zum Leopoldsberg marschiert. Der Hund ist ihm kaum von der Seite gewichen. Im Restaurant neben der Kirche hat er eine Melange getrunken. Auf dem Rückweg fällt ihm schon bald ein Mann auf, der in einem rostroten Trainingsanzug mit weißen Streifen auf dem gleichen Weg unterwegs ist. Der Mann überholt ihn, schaut sich misstrauisch nach allen Richtungen um. Er trägt, Gegenstand, der in ein blitzblaues Tuch gewickelt ist, in der rechten Hand. Stoiber hat das Gefühl, dass der Mann, der zwischendurch immer wieder ein paar Schritte in langsamen Trab einlegt, sein Paket loswerden will. Als Alphons Stoiber bei der Jägerwiese ankommt, ist der Mann nur wenige Schritte vor ihm, schaut sich immer noch um, bevor er in die Sträucher am Wiesenrand taucht, um nach einer Minute an einer Stelle weiter vorne die Wiese wieder zu betreten, ohne den eingewickelten Gegenstand. Den Kolli hat Stoiber losgelassen. Der Hund rennt zur Mitte der Wiese und beäugt eine Dogge. Der Mann überquert die leicht ansteigende Wiese Richtung Wirtshaus und dreht sich jetzt nicht mehr um. Alfons Stoiber ist neugierig geworden, biegt die Zweige der Sträucher zur Seite. Er entdeckt ein paar Meter vom Wiesenrand entfernt den unbekannten Gegenstand im blauen Tuch, das neu oder zumindest frisch gewaschen aussieht. Er zieht an einem Zipfel, rollt den Gegenstand aus dem Tuch, der gleich darauf vor ihm liegt. Jetzt weiß Stoiber, dass er einen Fehler gemacht hat. Den letzten seinem Leben, das 44 Jahre und 127 Tage gedauert hat. Die Detonation bringt die wenigen Hundebesitzer, die Kinder und die Hunde auf der Wiese in Panik. Die meisten laufen weiter nach oben, zwei Männer werfen sich ins Gras, die Kinder quitschen. Ein Aushilfskellner kommt aus dem Gasthaus und läuft die Wiese hinunter zur Explosionsstelle. Noch vor ihm trifft er Collie ein. Die Hündin packt das rechte Bein des Herrchens am Hosenstoff. Sie schleppt das Bein, das sich selbstständig gemacht hat, auf die Wiese. Erwin Haumer besteigt sein Sportfahrrad und rollt die Höhenstraße hinunter. Kapitel 16 Oh, das tut mir so leid, sagt Mrs. Murdoch. Dorothy Parker Über die Mutter Harald Rögls hat Schrammel ein älteres Foto ergattert, mit dem er zu Dr. Bayerl fährt, der daheim auf Schrammel warten will. Alfons Stoiber ist durch die Explosion buchstäblich zerlegt worden. Die Polizisten mehrerer Funkstreifen haben die makabre Aufgabe, die weit verstreuten Leichenteile einzusammeln, was beinahe eine Stunde in Anspruch nimmt. Die Meldung von der Sprengung eines Menschen wird in der nächsten Nachrichtensendung gebracht, worauf zahlreiche Wiener mit den Autos zur Jägerwiese billgern und von weiteren Polizisten zurückgedrängt werden müssen. Kottern und Schremser bleiben nur kurz am Tatort. Als sie angekommen sind, ist bereits festgestanden, dass der abgestellte Senator Alfons Stoiber gehört. Ein Anruf bei Frau Stoiber bestätigt. Ihr Mann war zu einem ausgiebigen Spaziergang mit dem Hund aufgebrochen. Die Kollihündin verteidigt wütend das von ihr sichergestellte Bein. Ein Sprengstoff Experte der Staatspolizei gibt sich nachdenklich und wichtig. Kottern ist aber an der Beschaffenheit des Sprengstoffs nicht besonders interessiert. Eigentlich gar nicht. Schremser und Kottern kündigen sich bei Uhrmacher an und bestellen außerdem Bellinger zum Kaffeehausbesitzer. Zuerst will Bellinger verweigern. Auf die eindringliche Feststellung, es sei nur in seinem Interesse, stimmt er doch zu. Bellinger verspätet sich. Als er Uhrmachers Geschäfts- und Wohnraum betritt, warten die beiden Beamten des Morddezernats schon 20 Minuten auf dem dreiteiligen Foteu. Uhrmacher nascht unbekümmert dunesische Rosinen aus einem Nylonsack. Bellinger hat einen Cowboy-Hut auf dem Kopf, mit dem er sich noch dazu wohlfühlt. Ein Stetzen ist das, beantwortet er Schremsers verwunderten Blick. Ich bin zu Fuß gegangen, rechtfertigt er seine Verspätung, weil ich mein Auto verschrottet habe. Wo? Auf der Westautobahn. Bellinger präsentiert sich wie der schlechteste Bilderwitz eines Mannes, der über Nacht zu Vermögen gekommen ist. Der Kommissar will uns unbedingt eine Geschichte erzählen, erläutert Jakob Uhrmacher die Situation. Warum sie auch ihnen gilt, weiß ich nicht. Kommissar gibt es erst recht keinen, berichtet in Kottern, und eine Geschichte ist es zuerst einmal auch nicht, nur eine Information. Alfons Stoiber ist tot. In Uhrmachers Gesicht erregt sich nichts. Bellinger verschluckt dafür fast eine der drei Rosinen, die er sich aus dem Nylonsack genommen hat. Ein Blöff. Vor circa zwei Stunden ist er in der Nähe der Höhenstraße in die Luft gesprengt worden. Gesprengt? Uhrmacher zeigt jetzt doch eine besorgte Miene. Ein Unfall. Wir nehmen an, dass es sich um einen sorgfältig geplanten Mordanschlag gehandelt hat. Von einem Verrückten entferntes Uhrmacher. Von Erwin Haumer. Da sind wir sicher. Sie können sich ihr ausrechnen, wen er sich als Nächsten vornehmen wird. Sie fantasieren schon wieder. Wir kennen den Herrn nicht. Auf einmal sagen sie doch wir er hackte Schremse ein. Uhrmacher bewegt seine rechte Hand abschätzigen Richtung Schremse. Jetzt kommt die versprochene Geschichte, kündigt Kottern an. Bellinger wirft die restlichen Rosinen auf den Tisch. Den Stetzen hat er auf die Oberschenkel gelegt. Jetzt kommen seine abstehenden Ohren besser zur Geltung. Kottern hält seine Redeübung. Es gibt ein Geschäft, das von drei Herren geleitet wird. Das Geschäft geht ausgezeichnet, obwohl oder weil es ein bisschen verboten ist. Ein Betroffener will sich wehren durch Erpressung und Drohung. Die Geschäftsführung holt zum Gegenschlag aus. Der Erpresser weicht aus, indem er die Geschäftsführung an sein Ableben glauben lässt. Er findet einen anderen, der unter seinem Namen stirbt. Ungestört bereitet er seine eigentliche Absicht vor, die Eliminierung der dreiköpfigen Geschäftsführung. Ich kenne bessere Geschichten, sagt Urmacher. Nicht einmal gut erfunden, ergänzt Bellinger. Vielleicht verstehen Sie die Pointe, wenn ich Ihnen den Namen des Toten nenne. Harald Rögl. Jakob Urmacher reagiert immer noch nicht. Er drückt die Kiefer fest aneinander. Auch Bellinger spielt den Ausdruckslosen. Geht Ihnen der Rögl nicht seit ein paar Tagen ab? Ein Herr Rögl gehört nicht zu meinem Personal. Ich denke weniger an Köche und Kellner. Was Was wollen Sie wirklich? Urmacher springt fast aus dem Foteu. Den Haumer finden vor dem dritten Mord. Sie glauben Ihre Geschichte? Wollen Sie Polizeischutz? Bittet Schremse an? Nein, sagt Urmacher, der nicht mehr auf sein Lederfoteu zurückkehren will. Auch Bellinger lehnt ab. Sie kriegen ihn auf jedem Fall, erklärt Kottern. Je zwei Beamte werden wir dafür erübrigen. Sehr ehrenvoll. Vielleicht nehmen sie es auch als bescheidene Geschäftsstörung unsererseits, schlägt Kottern vor. Er hat kapiert, dass von Bellinger und Urmacher keine Hinweise hinsichtlich Haumers zu erwarten sind. So viele Befürchtungen können die beiden gar nicht haben. Im Büro liegt bereits ein vorläufiges Protokoll des Erkennungsdienstes vor. Vom Mann, der gesprengt worden ist, gibt es Fingerabdrücke. Kottern schickt zwei Beamte in die Wohnung Stäubers, um völlig sicher zu gehen. Dieses Mal muss es ja wenigstens Fingerabdrücke zum Vergleich geben. Stäuber wird in seiner Wohnung nicht ständig in Handschuhen herumgelaufen sein. Der Polizeipräsident kann von den Entwicklungen des Nachmittags nicht informiert werden, weil er das Sicherheitsbüro früher als üblich verlassen hat. Er hält um 20 Uhr beim Wiener Verein für Kriminalsoziologie ein Referat über seine Erkenntnisse, die er über die Kriminalpolizei in Belgien gewinnen konnte. Der Vortrag findet in Räumen des Vereins, in der Spiegelgasse und unter Ausschluss gewöhnlicher Öffentlichkeit statt. Billig kommt der Einladung gerne nach. Schon bei der Gründungsversammlung sind ihm die mit Fliegengitter versehenen Fenster angenehm aufgefallen. Die Protokolle von Montag und Dienstag hat Heribert Billig retournieren lassen, weil er zwei Rechtschreibfehler und vier Beistrichfehler aufgespürt hat, die beim Tippen passiert sind. An einer Stelle ist ihm die Satzstellung nicht recht gewesen. Billig hat korrigiert wie ein Deutschlehrer. Sprachpolizist sagt Kottern. Die Stichproben bei der Lundfahndung an den Ausfallstraßen dauern noch bis in die Morgenstunden des Freitags an. Bisher sind nur vier Lenker ohne Führerschein und ein Autotyp ins Netz gegangen. Kapitel 17 Ist aber doch gefährlich, oder? Ach was! Den Schirmen Die graue Wolkendecke am Freitagmorgen hängt tief und drohend über der Stadt. Lund soll sich in einer Schrebergartenhütte in Floridsdorf aufhalten. Jedenfalls wollen ihn drei Nachbarn in den letzten beiden Tagen da gesehen haben. Auch nach Besichtigung der Polizeifotos ändern sie ihre Meinung nicht. Laut Angaben der Nachbarn steht die verwitterte Holzhütte mit dem getehrten Dach seit mehreren Jahren leer. Heinz Bauer darf mit seiner Truppe noch einmal mitmachen, muss sich aber mit dem kontrollierenden Kommando Kotterns abfinden. Er hält diese Verschiebung der Verantwortung trotz seiner gestrigen Pleite für eine Zumutung. Billig hat sich sein Mitkommen heute nicht nehmen lassen. Die taktische Besprechung findet erst in unmittelbar Nähe der Hütte hinter einem neutralen VW-Bus statt. Kottern lässt Bauers Pläne nicht gelten. Er will es zunächst mit Megafon Aufforderungen versuchen. Das nur etwa 200 Quadratmeter große Grundstück ist umstellt. Die Gemüsebeete sind verwahrlost, dem einzigen Gartenzwerg verklebt der Vogel trägt die Mütze und vor allem die Augen. Der kommt nicht freiwillig, ist Bauer überzeugt. Kottern hat auch keine Illusionen. Er drückt den Megafon Knopf und gibt die einfallschlosen Sätze durch. Alles umstellt, keine Chance, seien sie vernünftig, kommen sie mit erhobenen Händen heraus. In der Bretterhütte rührt sich nichts. Bauer nickt zufrieden. Er sieht die Möglichkeit zum Eingreifen rapid größer werden. Kottern wiederholt seine Phrasen. Es beginnt zu tröpfeln. Für die 50 Männer gibt es keinen einzigen Schirm. Zum Glück bleiben nach einer Minute die Tropfen wieder aus. Als Bauer seinen Einsatz für unausbleiblich hält und die Rede darauf bringen will, wird die Tür des Häuschens geöffnet. Ein Mann humpelt ins Freie, trifft allerdings keine Anstalten, die Arme hoch zu strecken. Kottern erkennt das Gesicht gleich. Lund ist das bestimmt nicht. Der Mann, der vor der Hütte stehen geblieben ist, heißt zweifellos Erwin Haumer. Zwei gepolsterte Polizisten laufen auf Haumer zu, ergreifen ihn an den Oberarmen. Ein dritter tastet Haumer ab, der aber unbewaffnet ist. Schremser glaubt einen Moment vor einem Spiegel zu stehen. Haumer bewegt sich mit zwei Rücken auf den Bus zu, sein rechtes Bein steckt in einem Beugegips. Er macht einen verächtlichen Blick zum Hackstock neben der Hütte, aus Hackerakt. Nur wenige zerkleinerte Holzstücke liegen im Schotter. Für die Arbeit bin ich nicht geeignet, sagt Haumer nur. Er streckt Hände vor und mustert die Beamten. Die Ärmel der Anzugjacke sind ihm zu kurz. Schrammel nimmt die Handschellen aus seiner Tasche. Billig beeindruckt die Verhaftung des mutmaßlichen Doppelmörders nur kurz. Er hat neben dem Drahtzaun eine gemeine Stechfliege Stomoxis Calcitrans im Volksmund auch Wadenstecher genannt erspähen und entschlossen zertreten können. Die Staper und Bauer nehmen sich die leere Hütte vor als ob sie voll mit Komplizen Haumers wäre. Training sozusagen. Bei der Einfahrt zur Schrebergartensiedlung Sonnenplatz befindet sich neben einem Verkehrszeichen das die Breite des asphaltierten Weges nennt eine zweite angerostete Tafel. Achtung in der Jagdzeit täglich zwischen 15 und 19 Uhr Schussgefahr. Lund lenkt den Leihwagen einen samt grünen aus den Allegro den Erna Kovarik unter ihrem Namen bei einem Verleih im Zentrum abgeholt hat. Lunds Gesicht und Haarfabe sind dem Bassfoto mittlerweile angeglichen. Eigentlich hat er sich nach Westösterreich mit der Katze auf den Weg machen wollen, um sich das Schweigen Erna Kovariks zu sichern. Dagegen hat sich die Frau heftig gewehrt. So muss er eben dafür sorgen, dass sie auf keinen Fall der Polizei Angaben über seine Abreise machen konnte. Ihre eigene Schuld bestätigt sich Lund. Das Material über Haumer hat er in der Waschmuschel im Badezimmer verbrannt. Dabei ist ihm die Verlust der Fotografie Haumers aufgefallen. Ein dummer Fehler. Zumindest kann das wahrscheinlich in der Gasoneer verlorene Foto die Fahndung der Polizei gegen ihn nicht erleichtern. In einer der Telefonzellen auf dem Bahnhof Praterstern wählt er die Nummer des Auftraggebers, der nicht mehr fröhlich klingt. Haumer lebt, sagt der Auftraggeber sofort. Ich reise ab, teilt Lund mit. Und ihr Auftrag? Bin ich zum Suchen engagiert? Lund hängt ein. In der heutigen Zeitung, die er noch bei sich hat, ist kein Wort davon gestanden, dass der Unfalltote nicht Haumer ist. Den Rest des Geldes will Lund ohnehin nicht beanspruchen. Ein überflüssiges Risiko. Mit dem zweiten Anruf stellt er die Weiterreise ab Bayern sicher. Lund wird am Nachmittag die Grenze zur Bundesrepublik zu Fuß überschreiten. Die Telefongespräche hat er hier vorgenommen, weil dieser Bahnhof seiner Meinung nach keine unerwünschten Gefahren birgt. Die Fahndung findet auf dem Bahnhof Praterstern nicht einmal im Schongang statt. Nur die Schnellbahn hält hier und ein paar Lokalzüge. Die Zeitung will Lund in den Metallkorb beim Ausgang werfen. Wenige Schritte vor dem Gitterkorb kommt ihm ein verwitterter Alkoholiker in die Quere. Die ist für mich, meint der Mann, der über den Stoffmantel einen durchsichtigen Nylon Umhang trägt. Er greift nach der Zeitung. Nein, antwortet Lund. Sein fast verhängnisvolles Erlebnis auf dem Westbahnhof ist ihm zu präsent. Der Mann lässt Lund nicht weiter, hält ihn an der Jacke zurück. Die Zeitung will er nicht einmal lesen, nur in sein Quartier tragen, wo er Zeitungen hortet. Derzeit übernachtete er ausgerechnet in einem in bau befindlichen Büroturm der Krankenkasse, bei der er früher Mitglied war. Den Absturz zum ständigen Asylschläfer hat er bis jetzt vermeiden können. Schmeißt du die Zeitung lieber weg, der Obdachlose ist lauter geworden und alarmiert damit ein paar Bekannte in der Stehweinhalle. Lund will sich befreien. Der sekante Mann lässt nicht locker, klammert sich jetzt auch noch mit der zweiten Hand fest. Lunds kurzsichtiger Blick macht ihm Mut. Er kann nicht wissen, dass Lund diesen Blick nach Bedarf verwendet, um von seinen Gegner unterschätzt zu werden. Lund, dessen Prinzip es in der Vergangenheit wahr, stets unbewaffnet zu sein, greift nach dem Springmesser, das in der angenähten Seitentasche neben der ungeöffneten Kaugummipackung liegt. Er sticht zweimal zu. Der Gegner sinkt mit dem Messer im Magen zu Boden. Lund lässt die Zeitung fallen und läuft zum Ausgang. Die Zeitung zerflattert. Ein Doppelblatt, lokales und Horoskop, bedeckt den Liegenden wie eine Leiche. Bis die Kollegen des niedergestochenen begriffen haben, was vorgefallen ist, sitzt Lund längst im Austin und verlässt den Kreisverkehr, der den Bahnhof Praterstern einschließt. Für die Polizisten aus dem Wachzimmer neben dem Bahnhof ist ein Streitfall zwischen Obdachlosen nichts Ungewöhnliches. An die Beteiligung eines Außenstehenden verschwenden sie keine Frage. Erst nach Stunden steht fest, dass es sich um den letzten Auftritt Edwin Lunds in Österreich gehandelt hat. Erwin Haumer verzehrt die serbische Bohnensuppe aus der Kantine. Ein Bier hat ihm Kotter nicht genehmigt. Haumer sitzt der Major im Büro gegenüber. Außer den beiden ist nur die mit stenografierende Sekretärin im Zimmer. Vor der Tür lauen zwei Beamte. Haumer zögert mit keiner einzigen Antwort, spricht nur leise und gibt alles zu. Er hat, wie angenommen, gegen Uhrmacher, Bellinger und Stoiber Material beschafft. Zunächst nur, um sie zu erpressen. Uhrmacher sei sogar hinhaltend auf den Erpressungs versuch eingegangen. Als Haumer einsehen musste, dass zu einer Erpressung seine Bemühungen nie ausreichen würden, verlegte er sich in Gegenwart Uhrmachers und Bellingers auf herausgebrüllte Drohungen. Ursprünglich wollte er alle drei ausnehmen, ausquetschen und dann doch der Polizei ausliefern. Der Zorn über die Zerstörung seiner Tochter, wie er es nennt, war bald der Wut über das Riesengeschäft der drei Gewichen. Ein Geschäft, das nicht zu gefährden war. Jetzt fiel ihm zum ersten Mal die Untauglichkeit seiner seit fast zwei Jahrzehnten erprobten Mittel auf. Der Risikolosigkeit des Trios hatte er nur Originalität gegenüber zu setzen. Die Erpressung war kläglich misslungen. Die laut prophezeiten Drohungen sollten nicht scheitern. Anders sind die drei nicht zu erwischen, heißt Haumers Credo. Mit ihrer Aussage, meint Cotton, kommen wir weiter. Gar nicht. Was weiß ich denn? Ist ja nur meine Meinung nicht belegbar. Sie haben sich an Rögel herangemacht? Ja, der war ansprechbar. Ich habe mit ihm zusätzliche Geschäfte abgesprochen. Der hat mir war interessiert. Wie haben Sie Rögel in die Ordination von Dr. Beierl gebracht? Keine Schwierigkeit, grinst Haumer. Der konnte einer für ihn kostenlosen Reparatur mit meinem Zahnbehandlungsschein nicht widerstehen. Wieso hat er sich in das gestohlene Auto gesetzt? Er sollte beim Winterhaufen eine von mir organisierte Lieferung holen. Er hat den Weg über den Handels gehen nehmen müssen. Sie haben alles gemacht, um als tot zu gelten. Warum haben Sie nicht gleich ihre Papiere im Auto zurückgelassen und uns erst bei der Kallbeck herumfragen lassen? Sie werden lachen. Ich besitze keinen einzigen Ausweis auf meinen richtigen Namen. Nur falsche Visitkarten. Er hält eine Karte, auf die der Fantasiename einer Versicherung gedruckt ist. Wieso haben Sie im Häuschen auf dem Bahngelände so deutliche Spuren zurückgelassen? Rögel ist früher vorbeigekommen, als ich angenommen habe. Nach dem Schuss bin ich weggelaufen. Früher oder später war mir klar, kommen Sie sowieso drauf, dass ich nicht tot bin. Mir hat es genügt, für ein paar Tage tot zu sein. Wieso haben Sie gewusst, wundert sich Haumer, ich habe nur meine Beschattung gemerkt. In einem Kaufhaus habe ich den Verfolg abgeschüttelt und bin nicht mehr zurück in meine Wohnung. Haumer stellt die Schüssel weg, trinkt Wasser aus einem Papierbecher, dann nimmt er eine zerknitterte Zigarette mit seinen gelben Fingern. Cotton hat nichts dagegen. Wie geht es meinen Streifenhörnchen? Die sind tot, verhungert. Unmöglich. Die Futterschalen sind entfernt worden. Das schaut der Firma ähnlich. Glauben Sie im Ernst, der Bellinger und der Uhrmacher waren persönlich bei Ihnen? Die haben wahrscheinlich Dealer geschickt, denen ein paar Gramm in Aussicht gestellt wurden. Was haben die gefunden? Es gab nichts zu finden. Woher hatten sie das Gewehr? Kann ihnen egal sein. Wir wissen es schon. Das nächste Mal besorgen sie sich ihre Waffen weiter weg vom Dadort. Werde ich mir merken. Sie können schießen? Schaut so aus. Wo ist der Sprengstoff her? Wissen sie das ausnahmsweise nicht? Leider. Alles kann man kriegen. Ist vor einem Wachzimmer übergeben worden. Bester und sicherster Platz für so ein Geschäft. Wie war das mit dem Stäuber? Ein neugieriger Esel. Der hat zwar von mir gewusst, mich aber nicht ganz einfach war das. Cotton lässt nicht mehr mitschreiben. Fräulein Domnanovic legt ihre Unterarme abwartend auf ihre Oberschenkel. Haumer hat die Beine übereinander geschlagen. Tut es ihnen leid, gegen Urmacher und Bellinger nichts mehr ausrichten zu können? Ja, er nickt lang. Ihr kriegt sie sowieso nicht. Das wird sich herausstellen, dass Urmacher und Bellinger nach der Verhaftung Haumers nicht leicht anzutasten sind, davon muss Cotton nicht erst überzeugt werden. Es gibt nur fast lückenlose Vermutungen, keine Handhabe. Cotton wird jede Kleinigkeit überprüfen lassen, über die die beiden stolpern könnten. Der zuständige Richter hat sich noch nicht einmal mit der beantragten Abhörung der Telefongespräche Bellingers und Uhrmachers auseinandergesetzt. Vielleicht unterschätzt Haumer seine eigenen Recherchen. Vielleicht sind sie als Ausgangspunkt brauchbar. Cotton übergibt Haumer an einen Wachebeamten, begleitet ihn aber dann doch bis zur Zelle. Haumer kommt mit den Krücken nur langsam vorwärts. Er ist sie noch nicht gewöhnt. Die Details gehen wir morgen durch, sagt Cotton. Ja, Haumer betrachtet seine vorläufige Wohnung. Kommen sie nicht auf blöde Gedanken. Haumer lacht. Die Hosenträger sind ihm abgenommen worden. Sogar die Bänder der Safari Schuhe, die seine durchtretenen Milano abgelöst haben, hat er abgeben müssen. Soll ich mit dem Kopf gegen die Wand rennen? Nachdem sich Erna Kovaric geweigert hatte, lohnt die Katze auf die Reise mitzugeben, hat er ihr zwei Liter Tafelwein innerhalb weniger Minuten eingeflößt. Erst nach Stunden wird sie zerzaust, daumelnd und immer noch ohne Unterhosen vor einem Wachzimmer aufgegriffen, das sie ohnehin betreten wollte. Sie hat Mühe beim Sprechen, stottert, muss sich an der Tischkante im Wachzimmer festhalten. Sie stinkt nach Wein und Erbrochenem. Ich bin vergewaltigt worden, ist ihr erster Satz. Am helllichten Tag, sagt der Polizist hinter dem Pult, er hat ein Pflaster im Mundwinkel. Der zweite Polizist, der mit Erna Kovaric ins Wachzimmer gekommen ist, bleibt fast verlegen neben ihr. Dreimal fügt sie hinzu. Mitgezählt, der große Polizist zwinkert dem zweiten zu, der lieber wegschaut. Ein leichtfertiger Satz, der an Erna Kovaric allerdings abgleitet. Sie hört gar nicht hin. Er hat Geld dagelassen, berichtet sie langsam weiter. Lund hat vor seiner Abreise auf dem Küchentisch 60.000 Schilling deponiert. Dann ist es ganz was anderes, meint der Polizist mit dem Pflaster. Erna Kovaric stürzt, der Polizist neben ihr kann sie nicht auffangen, hilft ihr aber sofort auf. Der andere beißt in ein zusammengelegtes Brot mit Mortadella. Wann soll denn das gewesen sein? Er findet gefallen an der Unterhaltung. Vorgestern und gestern, es war der Lund, nachdem gefandet wird. Jetzt macht auch der Polizist hinter dem Pult ein betroffenes Gesicht, obwohl er der gnädigen Frau, wie er sich ausdrückt, nicht glauben will. Auch im Sicherheitsbüro reißen die Vorhaltungen nicht ab. Erna Kovaric gerät zuerst in Schrammels Büro. Schrammel ist ungeduldigt, verdächtigt sie der Begünstigung und Fluchthilfe. Die Katze als Geisel findet er einfach lächerlich. Kottern erfährt erst nach ein paar Minuten von der Vernehmung Schrammels. Er mischt sich ein und chauffiert Anna Kovaric im Skoda nach Hause, obwohl er das anscheinend endgültige Untertauchen Lund nur verärgert zur Kenntnis nehmen kann. Das Geld vom Küchentisch wird polizeilich sichergestellt. Voraussichtlich wird es die Kovaric behalten können, wenn es niemand als gestohlen meldet. Kottern opfert eine Schlaftablette Monsambin plus aus einer Mantelapotheke er selber mischt sich Bier und Magenbitter und trifft gegen Mitternacht auf eine Polizeispöre. Geben Sie mir den Führerschein freiwillig, sagt ein junger Beamter, kann ich nicht. Ausfahrt Worauf warten Sie? Auf eine andere Zeit. Kai Drosper Das Rote Kreuz hat Kottern einen mit Wachsmatrizen vervielfältigten Brief geschickt, der auf dem Telefontischchen liegt. Die Verprüfung des von ihm gespendeten Bluts hat nicht zum ersten Mal einen erhöhten Leberwert ergeben. 222 ist mit Kugelschreiber notiert worden. Der tolerierte Wert liegt zwischen 6 und 33. Die Konsultation eines Arztes wird empfohlen. Kottern stellt sich vor, wie der Sack mit seinem Blut in einen Müllcontainer geworfen wird. Ilse Kottern hat den Brief am Vormittag geöffnet und mit einer herausgerissenen Seite aus einer Illustrierten ergänzt. Ein Doktor frei, der Ferndiagnosen stellt und Therapievorschläge gibt, nennt Symptome der durch Alkohol bedingten Fettleber, dem Vorstadium der Leberzirrhose, Müdigkeit, Juckreiz, Druckschmerz in der rechten Rumpfhälfte. Kotterns Vater ist auf Besuch. Er sitzt im Wohnzimmer und unterhält sich mit Gerhard. Seit er nach einer Operation vor zwei Jahren eine Silberplatte im Kopf hat, bezeichnet er sich als wertvoller Mensch. Das Telefon läutet. Kottern hebt ab. Hat es ihn jetzt am rechten Unterarm gejuckt? Es handelt sich um eine lakonische Mitteilung. Erwin Haumer hat sich nicht den Kopf an der Zellenwand zerschmettert, er hat sich vergiftet. Das noch nicht identifizierte Gift hat sich in den Krücken befunden. Den Gips, eine Attrappe, hat Haumer wahrscheinlich selbst angefertigt. Kottern bleibt wie ausgestopft neben dem Telefontischchen. Seine Frau kommt ins Vorzimmer. Kommst du nicht herein? fragt sie. Gleich sagt Kottern mit schiefem Gesicht. An was denkst du? An nichts. Epilog Lyrisch Ein jeder im Sicherheitsbüro hat die Nase voll. Der Präsident lässt Schneutztücher verteilen, kostenlos. Wieder ein Liebesbrief an Heribert Billig. Er ist eingeschrieben und express gekommen. Kampagnen gegen Präsidenten scheinen in Österreich nicht aus der Mode zu kommen. Kottern den Billig am liebsten in dieser Sache ermitteln lassen würde, liegt krank im Polizeispital. Der Präsident kennt nur eine egoistische Sorge. Wird sich der Major bald vom Krankenlager erheben? Der Helmut Senker und ich wollten das funktionierende Modell für Korruption zeigen und eine absurde Geschichte erzählen über einen Mann, der sich wehrt gegen die Schreibtischstädter und Telefonverbrecher. Er ist selbst ein Krimineller, aber einer, der sich immer furchtbar anstrengen muss, wenn er ein Ding dreht. Am Ende sieht er, dass die Macht der Mächtigen, der großen Bosse nicht zu brechen ist. Das ist zynisch, aber wahr. Eine betrügerische Baufirma setzt einen amerikanischen Killer auf einen Erpresser an. Der fingiert daraufhin seinen Tod, rächt seine Tochter und stirbt schließlich im Gefängnis. Der eigentliche Skandal wird verduscht. Handwerklich solider Politkrimi mit einigen parodistischen Elementen. Düster schaut's aus in Wien, einer modernen und kaputten Stadt, in der Hochhäuser aus dem Boden schießen, Porno Shops und Hausfrauen Prostitution zum Alltag gehören. Nichts mehr hat die Stadt mit der K&K Idylle der Reiseführer zu tun. Hier und auf der Grundlage des Skandals im Wiener Baugeschäft 1980 spielt dieser Unterwelt Krimi, dessen düstere Botschaft wenigstens genauso viel mit einer korrupten Oberwelt zu tun haben will, in der sich Verbrechen auszahlen, wenn sie halt groß genug angelegt sind. Drei Tüchtigen gehört die Welt. Dem Geschäftsführer, der Aufsichtsrat Vorsitzenden und dem Bezirksvorsteher einer Planungsgesellschaft, die es nur wenig kümmert, dass ihre Grundstückspekulationen, bei denen sie Steuergelder einbehielten, an die Öffentlichkeit geraten. Eher stört das Trio ein kleiner Erpresser namens Haumer, der belastendes Material in die Hände bekam. Man engagiert einen Profikiller aus Amerika, der sorgfältig sein Attentat vorbereitet. Aber da wird Haumer von jemandem anderen erschossen. Der US im Bord, dessen Berufsethos angekratzt ist, beginnt mit eigenen Nachforschungen. Denn aus dem dritten Mann weiß er, dass in Wien ein Toter nicht unbedingt ein Toter ist. Patzak und Zenka stopfen unheimlich viel in ihre Filme. Und am Schluss trägt man als Zuschauer einen Rucksack an Eindrücken. Jetzt kann man drin kramen und auspacken. Jeder holt etwas anderes heraus. Und jeder wird es mit den Worten tun. Also das Beste war, mich hat mancherlei verwirrt an den Tüchtigen, denen die Welt gehört. Die Frau Kottern, wie ich sie von der TV-Serie kenne, war eine böse Drahtzieherin. Und der Assistent Schrammel war überhaupt nicht da. Doch, er war da, aber ein anderer Schauspieler hatte die Rolle. Das ist ziemlich untypisch für Batzak und Zenker, denn ihre Werke sind Familienarbeiten. Der Resetaritz war wohl ein paar Schritte auf der anderen Seite des Gesetzes, aber er war da und dabei. Darf ich noch rasch in meinen Rucksack greifen? Der Polizist, der dem US-Killer im Westbahnhof nachjagte, hielt im entschlossenen Lauf stets die Mütze fest, so als erlösche die Staatsgewalt mit dem Herunterfallen des Amtskappels. Man könnte meinen, eine Darnkappe, deren Wirkung erst mit den Herabnehmern einsetzt. Mein ganzer Rucksack an Eindrücken ist übrigens gefüttert mit Halbseide. Den Tüchtigen gehört die Welt, war wie alles von Batzak und Zenker, es hatte Halbweltlergewicht. Nichts kann so böse sein, dass nicht auch ein Schuss Liebenswürdigkeit dabei wäre. Und sei es ein Schuss genau zwischen die Augen. Das ist es, was heute ein Film leisten kann. Aktuelle, kritische, wachsame, einfallsreiche und dazu noch wirklich künstlerische Arbeit. Gemeint sind die Produktionen Zenker Batzak. Mit dem Düchtigen gehört die Welt einer Kotankino-Version dürften nur wenige Zuschauer unzufrieden gewesen sein. Und zwar wegen einiger Porno-Fetzen zu früher Sendezeit, die auch ein halbwüchsiger Krimi-Liebhaber meiner Meinung nach mit weniger Schaden konsumiert hat als so manchen bekleideten Stumpfsinn eines normalen Programmes. Zenker und Batzer gelingt es, wirklich sozialdemokratische Gesamtkunstwerke zu formulieren. Ihre Filme sind lebensecht. Sowohl vom geografischen wie auch vom sozialen, politischen und menschlichen Gegebenheiten wurden natürliche Bilder entwickelt. Auch Politiker, Wirtschaftsleute und Akademiker im Allgemeinen werden hier Realität. Man sieht, dass sie sich mit uns auf einer Ebene bewegen und durchaus mit den Kriterien des kleinen Mannes kritisiert werden können. Formal bringt die Zusammenarbeit mit den USA Auflockerung und einem Zuwachs an notwendigen wichtigen Gags, die die Fülle von sensiblen Kleinigkeiten ergänzen, mit denen der österreichische Fernsehzuschauer aufgewertet wird. Eine auch in der Wiederholung ihre Wirksamkeit bewahrende Volkserziehung im neuen revidierten Stil. Im Wiener Eden-Club beleuchten Scheinwerfer Szenen und Interieur. An der Theke lehnt die Schauspielerin Ernie Mangold diesmal im hautengen Silbergleidchen als ordinäre Bardame und würfelt mit einem schmierigen Gast um die Wette. Zwei Kriminalbeamte, die auf den Barhockern gegenüber warten, scheint sie erst gar nicht wahrzunehmen. Und als Schremser und Schrammel dann zwei kleine Braune bestellen, bemerkt sie nur sarkastisch, stürzen sie sich eh nicht in Unkosten. Gedreht wird nicht die nächste Folge der erfolgreichen TV-Krimiserie Kodden ermittelt, sondern Peter Patzags neuer Kinofilm, den Tüchtigen gehört die Welt. Ein Gangsterfilm aus Österreich, aber vor allem eine Wien-typische Korruptionsgeschichte, bei der alle, die auf ihre Art dagegen anzukämpfen versuchen, zuletzt resignieren oder scheitern. Nicht nach einer wahren Begebenheit, sondern so Drehbuchautor Helmut Senker, als realistische Parabel, in der Gesamtzusammenhänge aufs Wesentliche reduziert sind. Die Story des Streifens, der seit Anfang November in Wien und ab Mitte Dezember für wenige Tage auch in den USA gekurbelt wird, von Steuergeldern finanziert, soll an der Alten Donau ein gigantisches Wohn- und Freizeitzentrum entstehen. Dabei lässt der Direktor der Errichtungsgesellschaft ein gewisser Wolfgang Pleiner Gelder von Firmen, die er mit Aufträgen beglückt, als Subaufträge gedarmt, ins Ausland überweisen. Wo dann er und seine Kumpel, die Aufsichtsrats Vorsitzende Hertha Eichinger und der Bezirksvorsteher Erwin Sommer abheben können. Dem korrupten Trio auf der Spur sind bereits ein findiger Journalist und ein paar Beamte der Wiener Polizei und der Gewohnheitsbetrüger Ludwig Haumer, Lukas Resetaritz. Er hat seine minderjährige Tochter in einem Porno-Film des Eichinger Liebhabers, Baumafia Strohmanns und Unterweltbosses Kralitschek, gespielt von Exil-Tschechen Bawilandowski, entdeckt. Pleiner zufällig beim Gespräch mit einem Wiener Stadtrat belauscht und beginnt die Bande zu erpressen. Eichingers Vorschlag, ein aus den USA importierter Killer soll den kleinen Genoven erledigen. Doch Harry Werner in einer Gastrolle der US-Kabarettist und TV-Tüniger Frank Gorshin, ein früherer Bekannter der Eichinger, einst ein begehrter Spezialist für illegale Aufträge, ist mittlerweile ähnlich wie der Privatdetektiv Philip Marlowe in Robert Altmanns Der Tod kennt keine Wiederkehr, ein ziemlich abgewrackter Typ. Ehe er mit wenigen Habseligkeiten in Wien ankommt, vegetiert er auf einem Hausboot in der Bucht von Sausalito dahin und füttert dort wie Marlowe seine Katzen. Ein filmisches Zitat, mit dem sich Regisseur Batzak vor kurzem von der FAZ mit dem Deutschen Fernsehspielpreis ausgezeichnet und Drehbuchautor Zenker eindeutig zum Genre-Gangster-Film bekennen, ohne deshalb in allen Klischees zu verhaften. Denn ihr Streifen übernimmt zwar Grundmuster aus dem Genre, erinnert aber vom Thema her auch an Politkrimis europäischer Machart, etwa Francesco Rosis neapolitanischer Baus-Spekulationsgeschichte, die Hände über der Stadt. Und soll vor allem Batzak Zenkers spezifische Erzählweise einbringen. Wir wollen, so der Regisseur, keinen beschwörerischen, sich selbst ernst nehmenden Film, sondern eine ironisch distanzierte Haltung bewahren. Dass dies trotz des komplexen Themas gelingt, sollen neben Batzak und Zenker ein bewährtes Team heimischer Darsteller von Bibiane Zeller bis zu Franz Buchrißer, sowie einige Gaststars, etwa US-Althaudegen Broderick Crawford als kleiner Gauner und der Britte Nigel Davenport als Journalist garantieren. Und Kameramann Walter Kindler, der das Geschehen auf Zolloyt einfängt. Mit der Moviecam, einer technisch perfekten österreichischen Neuentwicklung auf dem Filmkameramarkt, die sich mittlerweile schon Regiestars wie Francis Ford Coppola und Stanley Kubrick zulegten. Zudem ist die Korruptions- und Gangsterstory, den düchtigen gehört die Welt, wie Batzak Zenkers Kinovorläufer Kasbach auch ein Film über die Stadt, in der er spielt. So verbringt US-Killer Werner seine Tage in Wien, in einer triesten Erdgeschosswohnung in der Großfeldsiedlung, streunt über den Handelsgäh und wird am Westbahnhof von der Polizei festgenommen. Doch während Kasbach fast ausschließlich im rechtslastigen Kleinbürgermilieu verweilt, porträtiert Zenker und Batzak diesmal recht unterschiedliche Charaktere. Von kleinen Gaunern, kaputten Jugendlichen, skrupellosen Geschäftemachern, über die wohl situierten Baumafiosi, bis zu dem Mann, der internationale Gangster-Methoden nach Wien bringt. Das in »The Upper Grust«, so der englische Originaltitel, »Alle die Macht der Macher vergebens bekämpfen«, ist die eigentliche Botschaft dieses Films. Der Journalist, weil ihm wichtige Beweisstücke fehlen, Haumer, der als kleiner Fisch nicht gegen ein groß angelegtes Verbrechenssyndikat ankommt, der Gesetzesvertreter Kottern, weil er sich an Weisungen seiner Vorgesetzten halten muss, und Werner, der als bestellter Killer den Machinationen auf die Spur kommt und zuletzt am System scheitert, »Indem er statt Haumer Direktor Pleiner niederknallt, ist ein Schuldiger für alle, die anderen gefunden, und die Korruption kann weitergehen.« In der Schlussszene des Films spielt Alfred Worm, AKH-Aufklärer und stellvertretender Chefredakteur des Profils, sich selbst. Bei einer improvisierten Pressekonferenz stellt er der Aufsichtsrat-Vorsitzenden des Millionenprojekts Hertha Eichinger ein paar unbequeme Fragen, die diese giftig beantwortet, und notiert dann für sich in seinem Blog »Alles gelogen«. Schon die ersten Szenen unterstreichen den internationalen Zuschnitt, um den Peter Patzak nach seinem jüngsten Filmwerk bemüht war. Schauplatz San Francisco, während einer Autofahrt auf dem City Highway, da drückt ein Bokernarbeger, ziemlich heruntergekommener Typ, dem vor ihm sitzenden, dicklichen Mann eine Pistole ins Genick. Beteuert noch einmal, dass sein Handeln keine persönlichen Gründe hätte. Der nächste Einsatz führt ihm nach Wien, und hier an der Blauen Donau beginnt die eigentliche Geschichte der österreichisch-amerikanischen Koproduktion. Den Düchtigen gehört die Welt. Ein, vor allem was die Form betrifft, durchaus unkonventioneller Politkrimi, der sich eines brisanten und äußerst aktuellen Aufhängers bedient. Was nämlich seit Anfang September hierzulande das öffentliche Interesse beherrscht, ist zentrales Thema bei Patzak und Drehbuchautor Henmut Zenker. Ein gewaltiger Bauskandal. Schmiergelder, Briefkastenfirmen, es geht auch um die viel diskutierten Verbindungen zwischen Wirtschaftskriminalität und Politik. Und letztlich um die so schmerzliche Erkenntnis, dass es insgesamt wohl an Unmöglichkeit grenzt, an den skandalösen Machenschaften der Düchtigen etwas zu ändern. Auch wenn der eine oder der andere einmal dabei durch Zufall auffliegt. Eine überschaubare Geschichte erzählen, die ein funktionierendes Modell für Korruption auf Kosten der Mehrheit der Bevölkerung zeigt, das war das Ziel des Kottern- und Kasbach-Teams Patzak-Zenker. Das Modell skizzieren die beiden in Form einer klug, konstruierten, vielschächtigen und dramaturgisch geschickt gesteigerten Story. Auf der einen Seite stehen da Diplom-Ingenieur Wolfgang Pleiner, Geschäftsführer einer Planungsgesellschaft, seine Aufsichtsratsvorsitzende Hertha Aigner und Bezirksvorsteher Erwin Sommer, die beim Milliardenprojekt Freizeit- und Wohnzentrum Alte Donau absahnen. Auf der anderen Seite der Kleingangster-Haumer Lukas Resetaritz, der dem Trio auf die Schliche gekommen ist und das Polizisten-Duo Kottern, Franz Buchrieser und Schremser Walter Devy, die eher zufällig einbezogen werden. Dazwischen steht der importierte US-Killer Harry, Frank Gorschen. Was am Patzaks-Film besticht, ist die atmosphärische Dichte der 113-Minuten-Geschichte. Das sind die scharf konturierten, milieugerechten Figuren und das ist die Art, wie Patzak die Stadt Wien als ganz und gar unromantische Kulisse nützt. Der Film lebt aber auch von einer Fülle von ironischen Anspielungen, Zitaten und Insidereien, die der Regisseur dutzendweise und nicht immer gerade behutsam einstreut. Da leuchtet etwa Killer Harry bei seiner Ankunft in Wien schwächert ein Werbeplakat mit der freundlichen Aufforderung Come and Shoot in Austria entgegen oder im Wachzimmer hängt ein Porträt des Fernsehpolizisten Colombo. So wie Patzak immer wieder den sonst nüchternen Erzählstil mit Zitationskomik unterbricht, So unvermutet lässt er auch die Grenzen zwischen Filmrealismus und Fiktion verschwimmen. Etwa um gar nicht erst den Verdacht aufkommen zu lassen, dass es sich hier nur um einen auf Kinoformat aufgeblähten Kottern-TV-Krimi handelt. Da mustert dann der Gemüsehändler Krambe, Otto Taussig, den schnauzbärtigen Inspektor Kottern lange und meint dann misstrauisch, was, sie gibt's wirklich? In gewohnten Rollen. Bibiana Zeller, üblicherweise Frau Kottern, ist hier eine der Hauptbeteiligten des Bauskandals. Lukas Resetaritz, der neue Fernsehkottern, spielt einen von Kottern gesuchten Mörder. Alfred Worm, als Journalist führend an der Aufdeckung des AKH-Skandals beteiligt, hat einen Auftritt als hartnäckig im Filmbauskandal recherchierender Journalist. Als Auftragskiller Harry Werner aus San Francisco kommend in Wien schwächert eintrifft, sieht er ein Plakat der österreichischen Fremdenverkehrswerbung mit der Aufschrift Come and Shoot in Austria. Prolog San Francisco mit professioneller Perfektion erledigt der Killer Harry Werner einen Auftrag. Wien Werner wird nach Österreich eingeflogen, um im Auftrag des Geschäftsführers und der Aufsichtsratsvorsitzenden einer Planungsgesellschaft einen Mord zu begehen. Opfer soll der Versicherungsbetrüger Wolfgang Haumer sein, der hinter deren Machenschaften gekommen ist und sich nun als Erpresser versucht. Denn die Planungsgesellschaft ist in einem Bauskandal um die Errichtung eines großen Wohn- und Freizeitzentrums an der Alten Donau verwickelt. Es wird dann auch ein Mord begangen. Nur ist das Opfer nicht das Gewünschte und Harry Werner nicht der Mörder. Inspektor Kottern wird mit Erklärung des Falles beauftragt. Unverkennbar die Paralität zwischen dem Filmbauskandal und dem Skandal um die Errichtung des Wiener Allgemeinen Krankenhauses. In den romanischen Ländern hat diese Art von Film, die von realen Ereignissen ausgehend, sich mit der Verquickung von Politik und Wirtschaftskriminalität beschäftigt, Tradition. Bekanntester Regisseur dieser Filmrichtung ist der Italiener Francesco Rosi, Hände über der Stadt. Während diese Filme gleichzeitig eine Kritik an unserem Gesellschaftssystem sind, reduzieren amerikanische Regisseure die Vorfälle auf ein Duell zwischen Bad and Good Guys, etwa in All the President's Men, dem Film über den Watergate-Skandal. Drehbuchautor Helmut Zenker und der Regisseur Peter Patzak liefern nun die österreichische Version dieser Filmrichtung. Hoffnung auf Aufklärung der Vorfälle besteht keine. Fatalismus und Resignation charakterisieren die Stimmung. Verbrechen lohnt sich. Widersprechen Bad Sack-Zenker einem gängigen Wunschbild von Binsenweisheit. Und so entkommt nicht nur der gedungene Mörder ins Ausland, auch die in den Skandal verstrickten Politiker scheinen der Gerechtigkeit zu entgehen. Doch nicht derlei Fragen üblicher Kriminalmoral machen die Spannung dieses Korruptions-Thrillers aus. Bad Sack gelingt es tatsächlich dem Publikum, etwa das Wohlergehen einer als Geisel gekidnappten Hauskatze vielmehr ans Herz zu legen. Dem Tüchtigen gehört die Welt, so der zynische Titel eines Films, der sich unter anderem mit einem Korruptions- und Schmiergeldskandal befasst, der zwar in einem imaginären Freizeitpark Alte-Dorno angesiedelt ist, aber in seinen Grundzügen Altvertrautes aufweist. Dennoch, Peter Bad Sack weigert sich, seinem Film einen AKH-Stempel aufdrücken zu lassen. Zu Recht. Denn er behandelt dieses filmisch kaum zu bewältigende Thema nur am Rande und als Background für seine Geschichte. Ein kleiner, cleverer Gauner erpresst einen der Nehmerbosse, weil dieser im Zuge der Unterweltaktivitäten seine Tochter heroinabhängig gemacht und fast getötet hat. Das böse, fette Schweinchen will den Gauner nun loswerden und spannt seine Partner aus der Korruptionsaffäre ein. Die Vorstandsvorsitzende lässt einen amerikanischen Killer einfliegen und der kleine Gauner fliegt bumm mit seinem Wagen in die Luft. Sollte man meinen. Auf jeden Fall tritt dann Franz Buchrieser auf den Plan, um Lukas Resedaritz Mörder zu jagen. Bist du verwirrt, lieber Leser? Nun, dann dürfte es dir so gehen, wie im Film, dem einem verblüfften Zeugen, der nachdem ihm der Inspektor vorgestellt wurde, Kottern, sie gibt's wirklich, aus der bekannten Inspektor-Familie, ausruft und dem geplagten Buchrieser bloß ein müdes Lächeln entlockt. Inzwischen packt Lukas Resedaritz, der nächste Kottern, mit dem jetzt sechs einstündige Folgen fürs österreichische und deutsche TV gedreht werden, seinen ganzen Slang aus und seine ganze Pommade in superblonde Haar, um als kleiner Gauner Haumer einen effektvollen Amoklauf im Leben nach dem Tod zu starten. Bis schließlich die korrupte Vorstandsvorsitzende den Spuck durch einen cleveren Schachzug beendet. Und die war im früheren Leben Kotterns Frau, Bibiana Zeller. Wahrlich, man kann die Zuschauer im Ausland, wo der Film auch laufen soll, nur bedauern. Woher sollen sie wissen, dass der unschuldige Basant, den die plötzlich auftauchenden Horden von Polizisten aus einer Telefonzelle abschleppen, der Regisseur selber ist, der wie Weiland Hitchcock auch in anderen stummen Minirollen auftaucht. Wie sollen sie den Übergang mitkriegen, das ausgerechnet der parade-linke Schriftsteller Österreichs, Peter Turini, einen eifrig vernadernden Passanten spielt? Was ihnen die erstklassige Regie von Batsack aber wirklich vermitteln kann, ist die selten gezeigte Seite Wiens. Die Sozialbauten am Stadtrand, wo der US-Killer eine kleine Wohnung hat, oder die Welt der Sexshops, miesen Discos und des Hausfrauenstrichs. Freilich, wie fast alles bei den Batsack-Zenkerarbeiten, werden ironisch überhöht. In einer Zeit, wo in der Jugend Liebe zur Natur und Streben nach Frieden geweckt werden soll, zeigt man nur miese Typen in einer scheußlichen Handlung. Das war der unmöglichste, ordinärste Film, den der ORF je gesendet hat. Schade ums Geld. Endlich einmal ein Krimi, bei dem man lachen konnte und der nicht tot ernst war. Der Film »Den düchtigen gehört die Welt« war in keiner Phase der Entwicklung als AKH-Aufklärungsfilm gedacht, der irgendwelche Neuigkeiten zur Schau stellt. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil die Vorarbeiten, das Schreiben, das Drehen und die Fertigstellung des Films fast zwei Jahre in Anspruch genommen haben. Selbst die genaueste Recherche wäre in dieser Zeit von der Wirklichkeit überholt worden. Es ging mir im Gegenteil um eine überschaubare Geschichte, die ein funktionierendes Modell von Korruption auf Kosten der Mehrheit der Bevölkerung zeigt. Die drei Protagonisten, die im Film etwas aus verschiedenen Motiven gegen die eingespielte Mafia unternehmen, scheitern. Das schreit nicht nach Passivität, sagt nur, wie schwierig eine echte Gefährdung eines korrupten, geschäftstüchtigen Systems ist, das sogar Gegenschritte zum eigenen Vorteil dreht. Im Film haben wir auch die durch Fernsehen eingeführte Figur Cotton verwendet. In erster Linie, um nicht eine Figur ähnlicher Identität entwerfen zu müssen. Dennoch ist es kein Cotton-Film. Mit diesem falschen Etikett soll niemand ins Kino gelockt werden. Der Kriminalist taucht nach einer halben Stunde im Film zum ersten Mal auf. Außerdem wurde auf jegliche Absurdität und Skurrilität verzichtet, wenn sie sich nicht ungezwungen aus den einzelnen Szenen ergibt. Anspielungen auf den Cotton-Seriencharakter, auf das Medium-TV, auf andere TV-Ermittler mussten zwangsläufig entfallen. Der Typ des Ermittlers ist allerdings geblieben und genau richtig für die Geschichte. Kein übertrieben, scharfsinniger Detektiv mit eisernen Nerven und sicherer Intuition. Cotton's Arbeit gestaltet sich zäh. Erfolge basieren auf geduldiger Kleinarbeit. Cotton ist gewöhnlich, gerade deswegen mit etwas Sympathie für Betrogene und zu Kurzgekommene. Helmut Zenker 1949 bis 2003 Seit 1973 freier Schriftsteller Seit 1989 auch Regisseur Romane, Theater, Kinderbücher, Lyrik, Drehbücher, Comedy, Essays, Comics, Lieder. Seine Bücher sind in 23 Sprachen erschienen. Mitbegründer der Literatur, Zeitschrift Wespen Nest 1969. Zahlreiche Literaturpreise, TV- und Filmpreise für Cotton ermittelt und Dohova Pohu, unter anderem Goldene Kamera, Adolf Grimme-Preis, Preis der Berliner Filmfestspiele, UNESCO-Preis, Goldene Romy, New York Video Award, etc. Alle Drehbücher für Cotton ermittelt, OF und OF-ZDF 1976 bis 1983 und für Dohova Pohu, OF und OF-BR 1990 bis 1998. Auch Regie, Schnitt. Zahlreiche Fernsehspiele, Drehbücher für neun Kinofilme, 15 Hörspiele, zum Teil gemeinsam mit Gernot Wolfgruber, Lieder, Texte und Annangements für diverse Pop-Produktionen. 1984 bis 1988, Pop- und Literatur- und Kabarettproduktionen für das eigene Label Run Records mit Lukas Resetaritz, Hans Krankel, Kottans Kapelle und vielen anderen. Helmut Senker war Lastwagenfahrer, Briefträger, Sonderschullehrer in Wien, Mathematik- und Musiklehrer in Tirol. Peter Patzak, Regisseur, Maler, Autor, geboren in Wien, studierte Psychologie und Kunstgeschichte und Malerei. Erste Ausstellungen unter der Patronanz von Albert-Barris-Gütersloh. Mitte der 60er Jahre wurde er zu der Film-of-Art-Show nach New York eingeladen. Von 1968 bis 1970 arbeitete er in New York. Es entstanden eine Reihe von Experimental- und Kurzfilmen. Bis heute entstanden rund 100 szenische Arbeiten für Kino und Fernsehen. Darunter Kasbach, Warnfried, Richard und Cosima, dem offiziellen Beitrag bei dem Filmfest spielen kann. Nach der Rückkehr nach Wien drehte er bereits 1972 seinen ersten Kinofilm, Die Situation. Seit 1990 ist er ordentlicher Universitätsprofessor an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Einen Namen machte sich Peter Patzak mit der anarchistischen Parodie auf das Kriminal-Genre mit der Kult-Serie Cotton ermittelt, für die er in der Zeit von 1976 bis 1983 alle 19 Folgen inszenierte. Aus der Zusammenarbeit mit dem Autor Helmut Zenker entstanden insgesamt 27 Filme. Peter Patzak wurde mit vielen Preisen bedacht, unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis, einer Oscar-Neminierung, der Goldenen Kamera, der Goldenen Romy, dem Preis der Berliner und Moskauer Filmfestspiele, Kasbach, dem Preis der russischen Filmschaffenden in Moskau 1996, für Shanghai 1937, dem UNESCO-Preis für gelobtes Land. Mit Retrospektiven aus seinem umfangreichen und vielseitigen Schaffen wurde Peter Patzak bei der Cinematheque Francais und auf dem Max-Office-Festival geehrt. Weitere Retrospektiven fanden in Berlin, den österreichischen Filmtagen, bei den Festivals in Kairo, Damaskus und Schangai statt. 2002 erhielt Peter Patzak für die Verfilmung Die Wasserfälle von Sluni nach dem gleichnamigen Roman von Heimito von Todra den Regiepreis in Venedig. Meisterhafte Kontrolle aller szenischen Elemente, den erzählerischen, den musikalischen sowie darstellerischen, tragen zudem Afresk einer faszinierenden Epoche bei, so die Jurybegründung. Der Film erhielt auch den österreichischen Volksbildungspreis. 2003 erhielt er für Zodiac Sign den Directors Award, Emerging Maverick Award, San Jose Film Festival. Bereits in den 60er Jahren startete Patzak seine Karriere als Maler mit regelmäßigen Ausstellungen unter dem Titel Kommunikationsmaschinen und TV-Bilder. Später unter Lost and Found kürzlich unter La Porte delle Vecchie und Finestre Con Pedute. Seine letzte Ausstellung hatte den Namen Daten. Peter Patzak fungierte bei vielen seiner Filme auch als Autor, Co-Autor und Produzent. Viele seiner Bücher wurden auch verdont. Unter anderem sein letzter Roman Der Geist der Farbe, der 2005 erschienen ist. Aufnahmeleitung Karl Vollmann Schnitt und Ton Paul Zagler Produzent Peter Patzak und Jan Zinker Sprecher Peter Patzak Autor Helmut Zinker Rtって 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 Peter Patzak Rtって Untertitelung des ZDF, 2020